Und dann kann es hier gleich losgehen mit dem 29. Spieltag der Regionalliga Südwest. Wir haben nicht mehr allzu viele Heimspiele. Ihr habt sicherlich auch von der Aktion gehört, schaue vier, kaufe drei Spiele. Hoffentlich haben sich einige das gegönnt. Und jetzt laufen die Mannschaften ein. Das Ganze mit den Einlaufkindern von FC Günzfeld und bei Tauber Bischofsheim sind die. Und K.V. Mülheim, G&E-Jugend. Das Ganze präsentiert von der Rewe-Familie Güler. Und da haben wir gerade Marcos Alvarez im Bild und gerade eben durch dieses Bild durchgelaufen. Ein alter Bekannter, Benjamin Kirchhoff. Werden ihn alle sicherlich noch aus dem Träger von Kickers Offenbach kennen. Ist inzwischen, ja, gehört fast zum Inventar der Regionalliga Südwest. Den siehst du eigentlich jede Saison als Kickers-Fan wieder. FC 08 Homburg auch einige Jahre beim TSV Steinbach-Haiger gewesen. Und TSV Steinbach-Haiger, vielleicht Stichwort weniger Heimspiele, die wir noch haben. Ein letztes Heimspiel. Das letzte Heimspiel der Saison ist dann eben gegen den TSV Steinbach-Haiger sicherlich nochmal ein würziges Duell. Und wer weiß, ob da für Steinbach noch große sportliche Spannung draufliegt. Es könnte sein, dass sie in diesem letzten Spiel noch ganz dringend Punkte gegen den Abstieg benötigen. Verrückte Liga. Verrückte Liga. Dieses Jahr, wir sagen es immer wieder, das ist oben wie unten alles sehr, sehr knapp. Vor allem, wenn man bedenkt, Steinbach-Haiger, vor dem Ende der Winterpause hat man noch nach oben geschielt. Also sie haben in der Winterpause gesagt, okay, wenn wir jetzt gut rauskommen aus der Winterpause, haben wir nochmal die Chance, oben anzugreifen. Aber da sieht man, wie eng es in dieser Liga ist. Denn das war nicht unberechtigt, dass sie sich diese Hoffnung gemacht haben. Sie waren nicht so weit weg. Und jetzt war Hamburg, ja, begeht da ein kleines Akrileg, möchte ich sagen. Also, der UFC beginnt nicht von rechts nach links, so wie er es liebt, sondern spielt erst von links nach rechts das Ganze natürlich unter Pfiffen. Denn man spielt am liebsten erst mal in Richtung Stadt. Und dann in der zweiten Halbzeit auf die Glabsbräu-Tribüne. Und was ich absolut klasse finde, Waldemar Kleintribüne, da weht eine Fahne, das ist die Leverkusen-Offenbach-Fahne. Und wer, ich glaube, gestern Europa League geguckt hat, der hat diese Fahne auch gesehen. Denn gestern war sie eben in Leverkusen, heute ist er in Offenbach. Wer auch immer diese Fahne schwenkt, voller Einsatz für beide Vereine. Richtig geil. Und wir drücken natürlich Leverkusen die Daumen, dass sie vielleicht am Sonntag haben sie, glaube ich, die Chance, schon Meister zu werden. Wir hoffen natürlich mit über 40 Jahre Fanfreundschaft, die gelebt wird. Das ist absolut toll. Und wenn Leverkusen dann auch noch Meister wird, dann haben wir alle etwas zu feiern. So, wir konzentrieren uns aber erst mal jetzt hier auf den 29. Spieltag der Regionalliga Südwest. Diman Asarov steht bereits beim Anstoß. Hat also gleich den ersten Kontakt dieses Spiels. Es geht gegen den FC 08 Homburg. Schiedsrichter schaut noch ein letztes Mal auf die Uhr. Und dann kann es losgehen. Der FC mit dem Anstoß. Leon Müller erst mal ganz zurück zu Noel Knote, der mit dem weiten Schlag nach vorne. Da vorne suchen sie Kevin Lenkfort, der aber aus dem Abseits noch raus musste. Deswegen landet der Ball zunächst beim Gäste-Torhüter Kretschmer. Der jetzt verteilt auf seinen Innenverteidiger. Und dann geht es rechts raus zu Tim Steinmetz. Der einen Haken schlägt und zurückspielt zu Benni Kirchhoff. Nimmt den Ball an, wird dann gestresst von Kevin Lenkfort. Und dann geht es auf die linke Verteidigerseite zu Dennis Lippert. Lippert steigt einmal auf den Ball. Gutes Zustellverhalten da vom UFC. Neue Knote hält sich in Gegner vom Leib. Und dann geht es weit nach vorne in Richtung Markus Mendler. Aber Alex Sorge ist da. Und es gibt den ersten Einwurf für den UFC. Denn Lippert war als letztes am Ball. Ja. Jason Breitenbach heute als Rechtsverteidiger unterwegs. Auch das hat er zuletzt wirklich bärenstark gespielt. Jason Breitenbach. Ja, auch das ist eben ganz, ganz wichtig für eine Mannschaft, dass du Spieler hast, die auf mehreren Positionen spielen können. Ich glaube, Lucien Favre hat es seinerzeit mal polyvalente Spieler genannt. Und der UFC mit dem ersten Ball gewinnt. Aber dann auch mit dem Ballverlust fehlpasst von dem Markus. Und jetzt versucht Homburg direkt schnell umzuschalten. Mendler, der da in die Tiefe geschickt wird. Aber Brinkis, der da ganz aufmerksam ist und diesen tiefen Ball abfängt, bevor da Mendler rankommen kann. Der auf linksaußen spielt. Wir hatten ihn auf rechtsaußen eingetragen. Aber dann hat er mit Patrick Weihrauch die Seiten getauscht. Weihrauch über rechts und Mendler über links. So scheint es sich jetzt erst mal darzustellen. Das Ganze in einem 4-4-2. Marc Wachs für den UFC jetzt aber zunächst erst mal am Ball. Wird jetzt gestört von Harris. Spiel zurück zu Johannes Brinkis an diesem Freitagabendspiel. Und weiter Schlag nach vorne von Johannes Brinkis in Richtung Kevin Lenkfort. Der Abseitsfahrende geht hoch bei diesem Kopfballduell zwischen Lenkfort und Benny Kirchhoff. Stand da wohl einen Zentimeter drin. Schiedsrichter übrigens, das sind wir euch noch schuldig. Mika Forster zusammen mit seinen Assistenten Raphael Kastner und Fabio Kutterer. Auch den dreien wünschen wir natürlich ein faires und gutes Spiel. Homburg im Ballbesitz. In der Verteidigung dann erst mal in die Schnittstelle gespielt. Und dann geht es relativ schnell auf die rechte Seite raus. Steinmeierze den Ball vorantreibt. Weihrauch findet. Aber Leon Müller erst mal da zusammen mit Ronny Marcos. Sorge mit dem Kopf dazwischen. Und der UFC gewinnt den Ball mit Dima Nasarov. Der verteilt dann auf die rechte Seite zu Jason Breitenbach. Der treibt die Kugel voran. Breitenbach wird gestört von Markus Mendler. Will Kevin Lenkfort schicken. Aber der geht nicht zum Ball. Sondern er wartet ihn eher. Aber gut, hinten schon wieder ausgeholfen. Sowohl von Dima Nasarov als auch von Marc Wachs. Der genau da hinläuft, wo der Ball hinkommt. Und erst mal zur Seite klären kann. Ein Wurf gibt es also für Homburg. Ja, und das wird jetzt sicherlich noch ein paar Minuten ab und zu. Könnte es sichtbar werden. Kevin Lenkfort, der jetzt eben erst mal wieder reinfinden muss. Aber wir haben eben schon gesehen in Ansätzen, zu was er in der Lage ist. Welchen sportlichen Wert er dieser Mannschaft bringen kann. Und da werden wir sicherlich auch heute wieder starke Aktionen vom Rechtsaußen sehen. 1,86 groß. Und wir haben es gerade eben schon gesehen. Natürlich auch potenziell ein Zielspieler für lange Bälle. Wenn du den Ball dann schräg auf die rechte Außenbahn schlagen willst, hat er natürlich mit seiner Körpergröße auch die Möglichkeit, als Flügelspieler die Bälle festzumachen. Jetzt aber erst mal Homburg im Flügelspiel über die linke Außenbahn. Und da ist Lenkfort defensiv gefordert. Und dann gibt es, glaube ich, Freistoß für den UFC. Und Stürmerfoul Phil Harris, wenn ich das richtig deute. Hast du genaueres gesehen, lieber Marius? Leider nicht. Aber Jason Breitenbach steht wieder. Hat da, glaube ich, eine Schulter oder einen Ellbogen in Richtung Kiefer bekommen. Nichts Absichtliches, nichts Wildes. Das kann wieder stehen. Und es gibt den Freistoß. Gibt Pfiffen von Mika Forster. Also gibt es den Freistoß für den UFC. Tief in der eigenen Hälfte. Johannes Brinkis führt aus. Und schlägt das Ding weit nach vorne in Richtung. Dima Nazarov und Kevin Lenkfort. Der Ball dann aber vom Kopf von Dima ins Aus. Und es gibt den Einwurf für Homburg. Weit nach vorne geworfen. Neue Knote gegen Harris. Knote macht das super gegen Harris. UFC, Ballgewinn und Einwurf für Rot. Und Jason Breitenbach holt sich den Ball als Rechtsverteidiger. Hier direkt vor den Augen von Jason Kalibas an der Grasnarbenkamera. Und Breitenbach sucht jetzt vorne und findet Leon Müller eine zentrale. Der Räder rechts raus zu Jason Breitenbach. Und an der gleichen Position gibt es erneut den Einwurf. Marius, wir haben noch gar nicht die Zuschauer getippt, die potenziellen. Deswegen lux ich dir jetzt gerne, da der UFC den Ball gerade durch die eigenen Reihen laufen lässt. Den Tipp nochmal ab. Ich sage 6.380. Und ein Banner geht hoch. Auf geht's, Bayer, holt euch die Schale. Das hoffen wir natürlich auch. Marc Wachs jetzt erstmal am Ball. Schirmt zwei Gegner ab. Muss dann eingreifen, verliert aber den Ball. Und es geht schnell auf die linke Seite. Sorge ist aber da. Räumt erstmal auf. Und Homburg mit vielen Mann direkt nach vorne. Jetzt geht's aber erstmal zurück. Und Marius Alvarez im Sprint, da macht das Stress. Ja, und ich glaube, es erschallte gerade sogar einmal. Auf geht's, Bayer kämpfen und siegen. Also der ganz klare Gruß aus Offenbach nach Leverkusen. Jungs, schnappt euch das Ding. Ihr habt es euch mehr als verdient. Und dann Bayer und der UFC. Jetzt erschallt es ganz laut. Ja, Bayer und der UFC. Wir haben schon den Vorbericht angesprochen. Fanfreundschaft auf hohem Niveau. Ballgewinn jetzt von Diman Hazorov im gegnerischen 16er. Und da wertet Mika Forster auf Stürmerfoul. Erste knifflige Situation. Marius Alvarez wäre bereit gewesen. Und Diman hat natürlich ein paar Worte in Richtung Schiedsrichter. Sagt, ich habe gar nichts gemacht. Aber trotzdem gibt es den Freistoß für Homburg. Das Ganze müssen wir uns nochmal irgendwann angucken, wenn wir das in Real Life nach dem Spiel haben. Und ich bin mein Zuschauertipp noch nicht losgeworden. Ich sage 6.550 vor allem auch im Hinblick darauf, dass noch die eine oder andere Person gerade ins Stadion hineinströmt. Also Waldemar Kleintribüne wird wirklich pickepacke voll heute. Mal gucken, wo das hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir unseren ohnehin super starken Saisonschnitt von 6.300 Zuschauern pro Spiel nochmal ein bisschen nach oben verbessern könnten heute. Und nach oben verbessern ist auch das Motto in der Tabelle für den UFC, wenn man hier gegen Homburg den Dreier ziehen könnte. Und jetzt geht es richtig ab auf der Waldemar Kleintribüne. Offenbach und Leverkusen werden gefeiert. Und der UFC, er möchte sich an dieser Party beteiligen. Jetzt kommt der über die rechte Außenbahn, längst mit der Hacke auf Breitenbach nach außen gespielt. Ball ist nicht im Seitenhaus. Deswegen kann der UFC weiter sich im Spielaufbau betätigen. Bricht aber erst mal ab und dann geht das hinten rum. Über die Innenverteidigung, über Knote und Sorge. Dazwischen steht dann noch Mark Wachs Dreieraufbau. Gegen die zwei Stürmer das FC 08 Homburg. Wachs dann aber ein bisschen mit dem Missverständnis mit Jason Breitenbach. Breitenbach war da gerade in die Tiefe gestartet. Vielleicht nicht ganz sauber erwischt diesen Ball. Geht ins Seitenhaus, gibt den Einwurf für Markus Mendler und den FC 08 Homburg. Mendler überlässt jetzt seinem linken Außenverteidiger. Dennis Lippert den Ball. Einwurf jetzt in Richtung Harris, der Zielspieler schlechthin ist. Abgelegt wieder zu Lippert, aber Lenkfort helft hinten aus und holt dem UFC den Ball. Diman Asarov auf der rechten Seite, wird verfolgt von Ristl. Immer noch Diman Asarov auf der rechten Seite gegen zwei und dann wird er in die Mangel genommen. Schiedsrichter Fahne geht nicht hoch. Also wirklich für mich ein V-Spiel, aber Ball gewinnt Wanner. Wanner auf einmal auf dem Weg aufs Tor. An der 16. Grenze der Schoß und Tor. Dominik Wanner mit dem 1-0. Das macht der Bären stark mit seinem starken linken Fuß. Dominik Wanner schnappt sich das Bällchen, weil sein Gegner ausrutscht. Und dann geht es einfach nur noch in eine Richtung. Und dann ein ganz, ganz starker Abschluss mit dem linken Fuß. Links unten ins Eck, 1-0 Kicker Soffenbach. Und dann müssen wir, glaube ich, ganz kurz das Tornetz checken, ob das nicht zerrissen ist. Also der hämmert den da drauf, ist schon rein. Ja, der rutscht da weg im Spielaufbau, der Homburger. Und dann Wanner. Da sagen alle, schieß, schieß, schieß. Und er sagt, ja gut, dann mache ich das eben. Platziert links halb hoch, eigentlich da, wo ein Torhüter noch hinkommt. Aber der war so wuchtig geschossen von Dominik Wanner, dass da eben keine Chance war für Tom Kretschmann. Der UFC führt mit 1-0. Und ihr hört es jetzt live aus dem Stadion. Spielminute, Tor für den UFC. Und der Volk reicht die neue Elf. Dominik Wanner. Dominik Wanner. Dominik Wanner. Dominik Wanner. Damit neue Spielstatt. Kickers. 1. Homburg. Danke. Ja, und Homburg kommt jetzt über die linke Seite. Wir legen nochmal zurück zum Kapitän, zu Marth Ristl. Mitgestört von Dima Nasarov. Geht zu Boden, sagt dem Schützrichter, das war ein Foul. Aber der pfeift nicht. Geht aber trotzdem weiter mit Homburger Ballbesitz. Jetzt in die Mitte, da ist Ristl wieder, der auf der 6 aufgesucht wird. Und jetzt mit einem Fehlpass auf die rechte Seite landet im Seitenhaus. Ein Wurf gibt es für Ronny Markus. Ja, große Party jetzt natürlich. Auf der Waldemar-Kleintribüne, dank des dritten Tors in Folge von Dominik Wanner, hat jetzt in diesen und in den letzten zwei Spielen immer jeweils getroffen. Der Mann, der arbeitet gerade an einem kleinen Lauf. Und einen großen Lauf startet er jetzt auf der linken Außenbahn. Ist er jetzt nämlich schon wieder unterwegs. Dominik Wanner. Jetzt kommt die Flanke hinein in die Mitte. Zweiter Pfosten, Markus Alvarez. Da läuft die Kugel nochmal. Jetzt auf der rechten Außenbahn. Kann er den Ball da vielleicht nochmal reinbringen in die Gefahrenzone. Schlägt erstmal den Haken. Und im Außenriss hinein. Und Tor! Marc Wachs nach Vorlage Alvarez. 2 zu 0 führt der UFC nach nur 9 Minuten. Und Marc Wachs macht es. Das 2 zu 0. Das ist ein Doppelschlag, wie ein Buche steht. Marc Wachs, der reingrätscht nach der tollen Vorarbeit von Markus Alvarez. Der dranbleibt, da am langen Pfosten sich den Ball wieder einsammelt. Und da gibt es nochmal das persönliche Dankeschön von Marc Wachs, der hier seinen nächsten Treffer markiert. 2 zu 0. Doppelschlag für den UFC. Achte und zehnte Minute. So sieht es aus. Marc Wachs mit dem 2 zu 0. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Gretsch da stark rein. Ganz, ganz langes Bein und da nichts zu machen für Gretsch mal im Tor, der Hamburger. Gute neue Spielstand. 2 zu 0 für den UFC. Erfolgreich Nummer 16. Marc. 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 Da scheppert es der Name. Es scheppert nicht nur im Tor, sondern auch noch auf den Tribünen. Weil man ihn feiert. Marc Wachs, den Torschützen zum 2 zu 0. Kevin Lenkfort schon wieder den Ball eingesammelt. Und da ist Marc Wachs zurückgelegt. Erstmal auf Noe Knote. Ruhige Kugelschieben. Heißt es jetzt erstmal in der Verteidigung des UFC. Es ist Noe Knote zu Alex Sorge. Aber so ruhig wird es nicht, denn der FC 08 Homburg läuft hoch an. Knote an der Grundlinie. Angegangen von Markus Mendler. Chippt den Ball raus in Richtung Dima Nasau auf den Intervall mit der Brust an. Dann rechts raus auf Breitenbach. Ball aber noch nicht im Seitenhaus. Geht weiter mit Ballbesitz. UFC Leon Müller auf der zentralen Position zu Dominik Wanner. Auf der linken Seite hinterläuft Ronny Marcos. Wanner mit der Flanke aus dem Halbfeld. Aber findet Alvarez nicht, der im 16er zu Boden geht. Aber kein V-Spiel. Weiter geht es mit Kickers Ballbesitz. Ronny Marcos schiebt zurück zu Alex Sorge. Und natürlich wird jetzt gefeiert hier im Stadion. Also vielleicht gehe ich doch nochmal hoch mit meiner Zuschauerzahl, die ich schätze. Nach dem, was man hier so hört. UFC weiter den Ballbesitz mit Alex Sorge in der Verteidigung. Sie sind auf jeden Fall lauter als 6.300 bis 400. Mal gucken, wie viel es dann tatsächlich sein werden. Wir sind gespannt. Aber natürlich auch beglückt durch diesen absoluten Traumstart, den der UFC hier hingelegt hat. Binnen zwei Minuten hat man hier auf 2 zu 0 gestellt. Ganz tolle Angriffe auch jeweils. Beziehungsweise einmal war es ein toller Ballgewinn von Wanner. Und einmal ein toller Spielzug über die linke Außenbahn. Und jetzt sofort erhebt sich das Stadion. Warum? Weil die Kickers sind. Und ja, das tun sie jetzt gerade, glaube ich, auch vor lauter Stolz darüber, wie diese Mannschaft hier gestartet ist in dieses Spiel. Es ist einfach ganz, ganz toll, dass diese Mannschaft einem in diesem Kalenderjahr deutlich, deutlich mehr Freude macht. So viel Freude macht aktuell. Aber klar, das ist jetzt hier nur eine Anfangsphase. FC 08 Homburg hat es absolut spielerisch im Tank, hier drauf die Antworten zu finden und den UFC über 90 Minuten noch massiv zu beschäftigen. Aber wenn der UFC es schafft, so weiter zu spielen, dann ist mir da überhaupt nicht Angst und Bange. Und der UFC über rechts mit Lenk fort, möchte da ins Zentrum spielen zu Alvarez. Wird aber abgeblockt von Mann mit der Nummer 20, Maximilian Jansen. Das ist der Unglücksrabe, der da weggerutscht war vorm 0 zu 1. Den Ball, den sich dann Dominik Wanner eingesammelt hatte. Ja, Stimmung zum Genießen. Hier im Stadion, Bibera Berg, UFC im Ballbesitz mit Alex Sorge. Und auf der linken Seite jetzt Ronny Marcos, der ganz zurückspielt zu Johannes Brinkis. Danny Schwarz, der Trainer der Homburger, schreit seine Spieler nach vorne. Pressing. Weiter Ball jetzt von Knote. In Richtung Alvarez. Landet aber bei Lenk fort, der den Ball verliert. Und auf der linken Seite dann aber gut nachsetzen. Es gibt den Einwurf für den UFC. Gut nachgesetzt von Leon Müller. Starke Aktion von ihm. Und Jason Breitenbach holt sich den Ball ab für diesen Einwurf. Darf eigentlich noch ein paar Meter nach vorne laufen. Da sollte der Schiedsrichter nichts dagegen haben. Breitenbach führt aber jetzt auf dieser Stelle aus. Nach vorne zu Lenk fort. Der wird geblockt vom Gegenspieler. Und es gibt den Einwurf für Homburg. Lippert. Weit nach vorne. Jason Breitenbach mit dem Kopf dazwischen. Und Leon Müller nach vorne. Dima Nazarov im Zentrum. Wie er sich den Ball da pflückt, ist Wahnsinn. Und schickt jetzt Wanner auf die Reise. Wanner auf den Weg zum 3 zu 0. Dominik Wanner. Dominik Wanner mit dem 3 zu 0. Und das macht er überragend. Und das macht Dima Nazarov auch überragend. Wie er ihn da sieht und schickt. Und ein ums andere Mal läuft er da seinen Gegner einfach davon. Und schiebt stark ein zum 3 zu 0. Dreierpack OFC. In den ersten 14 Minuten. In einer Zeitspanne von 6 Minuten trifft der OFC. Also dreifach. Zweimal Wanner, einmal Wachs. Wow. Was für ein Tor. Nazarov, der sich den Ball hier mustergültig runter pflückt. Und dann Wanner in Szene setzt. Super Pass auf Wanner. Der bleibt cool vorm Torwart. Und vollendet ins kurze Eck zum 3 zu 0. Kasper. Wow. 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 Was für ein Start. Eine Viertelstunde hat es gebraucht. Denn der OFC führt hier mit 3 zu 0. Und wir müssen schon wieder das Mikro Richtung Waldemar Kleintribüne halten. Und wir müssen schon wieder das Mikro Richtung Waldemar Kleintribüne halten. Erneut erfolgreich die Nummer 11. Dominik Wanner. Dominik Wanner. Dominik Wanner. Da haben wir neue Spielstand. Tiggers Wanner. Wanner. Danke. Wanner. So kann es weitergehen. Und der Homburg natürlich bemüht jetzt irgendwie Ruhe reinzubringen in dieses Spiel. Schieben zurück zum Keeper, zu Kretschmer. Der OFC wird natürlich nicht aufhören, Fußball zu spielen, weiter nach vorne zu spielen. Die wollen jetzt dieses Momentum nutzen, was sie sich aufgebaut haben in der Anfangsviertelstunde. Homburg kommt jetzt aber mal durch das Zentrum. Überlegens viel Platz für Lippert. Da kriegen sie den Ball aber erstmal nicht hin. Markus Mendler holt sich den Ball. Auf die rechte Seite gelegt, zu Jensen, der rechts raus. Weirauf mit der Flanke. Er kommt gut auf Mendler. Und da ist der Anschlusstreffer zum 3 zu 1. Markus Mendler per Kopf nach einer Flanke von der rechten Seite. Gute Flanke. Und auf einmal steht er da. Sehr frei. In der Mitte und darf einköpfen zum 3 zu 1 in der 16. Spielminute. Also nur noch 3 zu 1. Markus Mendler, wir schauen uns das Tor natürlich auch nochmal an. Er hat selbst eingeleitet und dann kommt die Flanke. Ist dann frei hinter Müller zum Kopfball. Knote kann auch nichts mehr machen, so wirklich. Also torreicher Beginn hier im Stadion am Bibraberg. Mendler mit dem 3 zu 1. Ah, da wurde auch sofort die Qualität vom FC 08 Homburg deutlich. Die sind so gut bestückt. Die sind so stark, die Homburger. Dass auch ein solcher Start, dass du nach einer Viertelstunde 3 zu 0 hinten liegst, am Bibraberg, dich nicht aus dem Konzept bringt. Und du sofort die Antwort parat hast. Da musst du schon wirklich fußballerisch einiges drauf haben. Die Flanke war richtig gut. Natürlich gilt sich dabei auch zu fragen, warum ist Markus Mendler da im Zentrum derartig alleingelassen und frei. Aber es ist die erste Offensivaktion der Homburger. Da muss er eigentlich Vorteil weiterlaufen lassen. Matt Ristl, der sich da wehgetan hat beim Zweikampf mit Dominik Wanner, sollte aber natürlich Freistoß für den UFC eigentlich geben. Vorteil haben sie nicht gegeben, sondern die Situation abgepfiffen. Das wäre viel, viel Platz da gewesen auf der rechten Seite für Kevin Lenkfort. Also da kann ich den Schiedsrichter gespannt nicht so wirklich verstehen. Klar war es ein Foul, aber es ist auch ein klarer Vorteil, der da eben nicht gegeben wurde. Und eine gelbe Karte gibt es auch nicht, sondern nur ernste Takte. Naja. Spielerisch geht es weiter, auch für Matt Ristl. Freistoß jetzt für den UFC, links raus auf Ronny Marcos. Chipball in die Spitze in Richtung Leon Müller. Der kommt erstmal nicht dran, Homburg klärt über die Seitenlinie. Gibt den Einwurf für den UFC. Und dann gibt es die erste Ecke des Spiels. Also vier Tore vor dem ersten Eckball. Das habe ich, weiß ich nicht, da müsste man mal in die Geschichtsbücher gehen, ob es sowas in der Geschichte dieser Liga schon mal gegeben hat. Also absolut spektakulärer Auftakt. Allesamt waren sie auch wirklich schön. Auch muss man neidlos anerkennen, auch das Tor der Homburger hatte einen gewissen Kunstwert und vielleicht kann der UFC jetzt direkt das nächste machen. Also Mark Wachs, ein Tor hat er schon geschossen, jetzt könnte er eins vorbereiten. Mit links in den Strafraum hinein, gechippt, versucht zu verlängern. Ein bisschen Gewühl, Homburg hat den Ball. Jetzt aber final rausgeklärt durch Mändler. Ronny Marcos als letzter Mann in der Absicherung. Schaut dann jetzt, wo er hinspielen kann. Dann muss er erst mal auf links anlaufen. Und dann geht es links raus auf Wachs. Der verlängern möchte für Marcos. Macht er da gut und Ronny Marcos wird da gefoult. Und dann müsste es Freistoß für den UFC geben. Nein, gibt es nicht. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund, die Reaktion der Waldemar Kleintrittminister ziemlich eindeutig. Die hätten da gerne einen Freistoß gesehen. Schiedsrichter Mika Forster hat aber anders entschieden. Ein Wurf, FC 08 Homburg. Die jetzt also, ja, vielleicht ein bisschen angekommen sind in dieser Partie mit diesem Treffer. Wird sicherlich für sie psychologisch ganz wichtig sein, jetzt ja auch ein Gesetz zu haben, um eben nicht komplett überrollt zu werden vom UFC. Der UFC, jetzt Nassarov, der da gefoult wird, sage ich. Der Schiedsrichter sagt aber, Ball gespielt. Falls wir ein Replay haben, bin ich darauf gespannt. Jetzt kommt aber erst mal Homburg über die linke Außenbahn. Da müssen wir aufpassen. Und Lippert jetzt mit der Flanke hinein, aber Wachs ist direkt da, um die Flanke abzublocken. Aber ihr hört es, Nassarov. Nassarov gegen Mart Ristel, das war die Aktion. Wir haben sie auch nochmal in der Wiederholung. Also, er ist der Kopfball. Und dann ist es Ristel, der den Ball gegen Lenkfort verliert. Und dann ganz klar zu spät kommt gegen Dima Nassarov. Also, das ist für uns ein glasklarer Freistoß. Und ein Dima Nassarov, der sich da am Sprunggelenk ein bisschen wehgetan hat bei dieser Aktion. Wird da jetzt behandelt. Mika Forster, also, das hätte man auch geben können als Freistoß. Also, geben müssen vielleicht sogar. Klar, ich glaube, ein bisschen Ball hat er getroffen, aber kommt da eben zu spät gegen Dima Nassarov. Ja, vor allem auch in Verbindung mit der Szene davor, wo man auch schon bei Mart Ristel über eine gelbe Karte hätte nachdenken können. Ja, jetzt wäre sie angebracht gewesen. Und wenn der Schiedsrichter natürlich nicht auf Foul entscheidet, dann kann er auch schlechter eine gelbe Karte geben. Das leuchtet mir schon ein. Unglückliche Entscheidung, nennen wir es so. Und jetzt aber der Eckball für Homburg. Und das können sie natürlich. Und da haben sie einen, der kann das ganz besonders gut. Markus Mändler, gerade eben schon getroffen mit der Nummer 11. 17 Tore hat er schon vorgelegt. Marius hat es vorhin noch vorgestellt, wie oft sie nach Ecken treffen. Ich glaube, insgesamt elfmal schon. Und jetzt würden sie es gerne ein zwölftes Mal tun mit links vom Tor weg. Jetzt läuft er an. Kommt auf den ersten Pfosten mit viel Schmackes. Und da ist Phil Harris, der da auch zum Kopfball kommt. Aber die Ecke kommt mit so viel Schmackes, kommt mit so viel Zug hinein, dass Harris den Ball da, glaube ich, nicht mehr so sauber drücken kann. Und der Ball rauscht links am Tor von Johannes Brinkis vorbei. Aber das war natürlich gefährlich. Und da war sofort sichtbar, wie stark die Standards von Markus Mändler getreten sind. Ja, schwieriges Spiel auch hier für den Referee bisher. Hat jetzt schon die Zuschauer so ein bisschen auf sich gebracht, oder gegen sich gebracht. Lenkfort wird jetzt gefoult von Lippert. Das sieht er. Die Mann-Azerhoff steht bereit beim Freistoß. Spielt in die Mitte zu Leon Müller. Der wird ein bisschen gezogen. Aber der UFC bleibt im Ball besetzt mit Marc Wachs. Rechts raus auf die Mannaseroff. Der kreuzt einmal Mändler. Verliert dann aber den Ball an Jensen. Und es geht schnell für Homburg in die Spitze. Weihrauch verteilt auf die rechte Seite. Nee, sorry, Weihrauch jetzt am Ball. David Hummel, der den Ball da verteilt hat. Muss aber nochmal zurücklegen zu Marth Ristl. Ja, der Mann, der gelb an seinem linken Oberarm trägt, ist die Kapitänsbinde. Und meiner Meinung nach eventuell schon eine gelbe Karte hätte sehen können. Homburg kommt über Ristl. Rechte Seite in die Mitte gelegt nochmal zu Jensen. Einmal gegen Wachs. Dann in die Mitte zu Mändler. Aber Knote ist da. Legt zurück auf Brinkis. Der mit links nach vorne. Und jetzt können sie rausrücken. Die Kickers. Homburg bleibt dabei im Ballbesitz mit Jensen. In die Mitte legt zu Mändler. Der hat ein bisschen zu viel Platz. Mändler zieht ab aus der Distanz. Und Brinkis ist da mit beiden Händen. Der hat geflattert, der Ball. Und wenn er so viel Platz kriegt, der Mändler, dann schließt er halt auch mal ab aus der zweiten oder sogar dritten Reihe war das diesmal. Ja, ich kann mir das auch nochmal in der Wiederholung. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Markus Mändler mit seinem starken linken Fuß wird er dann gefunden von Jensen. Gleich gehen wir wieder live. Keine Sorge, die Ecke kommt nämlich gleich rein. Und dann ist Brinkis da. Besser, dass er da mit beiden Händen hingeht. Jetzt Ecke Mändler mit links auf den zweiten Pfosten. Kommt ein Hamburger dran, aber der Ball segelt per Kopf über das Tor. Keine Gefahr für Brinkis. Und Abstoß gibt's. Aber das ist jetzt deutlich zu spüren seit dem Treffer der FC 08 Homburg. Jetzt auch Teil dieser Partie. Vorher hat da der UFC die Homburger ein Stück weit überrannt. Jetzt ist es ein ausgeglichenes Kräftemessen. Das, was im Vorfeld auch zu erwarten war. Die gute Nachricht ist aber, dass aus dieser wilden Anfangsphase der UFC jetzt einen Zwei-Tore-Vorsprung mitgenommen hat. Und den jetzt in den verbleibenden 70 Minuten hoffentlich sinnigst und bestmöglich verwalten kann. Beziehungsweise darauf basierend den Heimdreier ziehen kann. Amokül ist erstmal hinten rum. Handspiel wird da ganz stark gefordert. Nach einem, ja, etwas kuriosen Rückpass. Und dann ist es der Felix Weber, dem der Ball vermeintlich an die Hand springt. So fordert es zumindest das Offenbacher Publikum und auch der Marius. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht genau beurteilen. Aber auch ich würde es nicht ausschließen, dass da die Hand von Felix Weber zentral im Spiel war. Schiedsrichter hat es auf jeden Fall nicht geahndet. Und es ist das nächste Foul am UFC. Aber jetzt läuft der Vorteil. Fällt Lenkfort auf der rechten Bahn. Hat da einen Gegenspieler, zieht da ins Zentrum rein. Lenkfort am ersten und zweiten vorbei. Aber es liegen gleich zwei Offenbacher am Boden. Das dürfte der Schiedsrichter jetzt eigentlich langsam mal abpfeifen. Die Manasarov erste haben Kopf getroffen und Marcos Alvarez am Fuß. Also Doppelaktion unserer beiden Routinees. Und die beiden bleiben dann auf dem Boden liegen nach diesen beiden Aktionen. Schweres Spiel bisher fürs Schiedsrichtergespann. Und es geht ganz schön zur Sache. Denn es sind immer wieder schnelle Konter auch auf beiden Seiten. Wo sich dann wirklich auch vehement dazwischen geworfen wird. Alvarez sieht nicht ganz so gut aus, wird aber handelt auf dem Boden. Und die Manasarov ist schon wieder auf den Beinen. Kriegt jetzt ein bisschen Eis auf den Kopf. Und es gibt die erste gelbe Karte des Spiels. Jetzt geht sie an Marth Ristl. Es müsste die dritte sein, wenn wir ehrlich sind. Es müsste die dritte gelbe Karte für Ristl sein. Beziehungsweise es könnte die dritte sein. Mindestens eine hätte er eigentlich vorher schon sehen sollen für mein Dafürhalten. Ja, aber das ist gut, dass der Schiedsrichter Mika Forster das jetzt macht. Geht es auch ein bisschen darum, auch den Homburgern zu zeigen, dass die Offenbacher Spieler kein Freiwillen sind. Dass man natürlich mit Härte dagegen halten kann. Aber dass du dir nicht alles erlauben darfst. Und da muss Mika Forster jetzt ein bisschen einen Riegel vorschieben mit dieser gelben Karte. Tut er das hoffentlich auch ein Stück weit. Ich weiß gar nicht. Ich frage mal in die Regie, ob wir die Aktion vielleicht sogar nochmal haben. Nee, alles klar. Dann müsst ihr euch das nachher bei YouTube nochmal anschauen, bitte. An die, die heute vielleicht sogar zum ersten Mal dabei sind in unseren Stream schauen. Das bietet sich jetzt an, das mal zu sagen. Wir kommentieren das Ganze immer im Radiomodus. Denn wir haben nicht nur Live-Zuschauer, sondern auch Zuhörer, denen wir das fürs kostenlose Radio anbieten. Und damit die auch immer auf Ballhöhe bleiben, kommentieren wir das Ganze im Radiomodus. Ball läuft wieder. Erste gelbe Karte wurde gezeigt an Felix Weber, zeigen sie jetzt hier im Stadion. Aber ich glaube, es war eigentlich gegen Ristel. Naja. UFC im Ballbesitz mit Sorge. Und Noel Knote. Rechts raus auf Marc Wachs. Im Dreieraufbau mit dem weiten Ball nach vorne in Richtung Marcos Alvarez, der einen tiefen Lauf angeboten hat. Gut angenommen, den Ball jetzt zur Seite gedrängt. Ein bisschen mit der Hacke holt er den Einwurf raus. Diman Nasarov ist da, überlässt dann aber Jason Breitenbach, unserem heutigen Rechtsverteidiger, dass er diesen Einwurf ausführt. Zurück zu Noel Knote. Wird angelaufen. Zurück zu Breitenbach. Der macht das gut gegen Mändler. Stark von ihm. Riemitte gelegt zu Diman Nasarov. Der weitergechippt zu Lengford. Lauf-Duell mit dem Torwart. Und dann wird da im 16er gefoult. Und ich glaube, es gibt Elfmeter. Kevin Lengford holt den Elfmeter raus für den UFC, weil Kretschmer zu spät kommt. Und weil der Pass von Diman Nasarov schon wieder sowas von gut ist. Der war so wohltemperiert. Das ist unglaublich. Der hatte... Der Korridor für die Härte dieses Passes, der war verschwindend klein. Der Korridor. Der durfte ihn genau so hart spielen, wie er den spielt. Das ist so viel Gefühl, wie er da im Fuß hat. Den chipt er so ein bisschen hoch. Das war Wahnsinn. Der kann man gar nicht berechnen. Und jetzt tritt er da selbst an. Für diesen Elfmeter. Übrigens hat der Torwart noch gelb gesehen. Das auch an unsere Regie zum Nachtragen. Tom Kretschmer. Also jetzt auch gelb verwarnt. Und es gibt den Elfmeter für den UFC. Diman Nasarov steht bereit. Gegen Kretschmer. Nasarov gehalten. Ganz starke Parade von Kretschmer. Gut geschossen eigentlich der Elfmeter. Aber Kretschmer hat die Ecke und hält den dann. Also Wahnsinnsparade von Kretschmer. Muss man wirklich sagen. Der war platziert. Der war wuchtig. Der hatte alles, was den Elfmeter mitbringen muss. Aber Kretschmer mit voller Körperstreckung, voller ausgestreckt. Und mit der rechten Pranke fischt er den da rechts raus. Also wirklich auch das neidlos anerkennend. Brutale Parade. Aber der UFC schon wieder im Homburger Strafraum. Das Homburger war erstmal rausgeklärt. Ronny Marcos macht die Kugel direkt wieder scharf. Sorge im Strafraum. Legt ab, links raus auf Wachs. Wachs auf der linken Außenbahn. Möchte er vorbeigehen. Geht da vorbei am Gegenspieler. Dann springt der Ball unglücklich ab. Und dann geht er ins Tor aus. Und auch wenn Kollege Mario Schnellker hier ein bisschen den Eckball fordert, bin ich da tatsächlich beim Schiedsrichter gespannt, dass das ein Abschluss sein könnte. Aber ja, wir schauen nochmal auf diesen wunderschönen Pass von Nasarov, wie er den da rein streichelt. Und dann ja, das unstrittige Foul von Tom Kretschmer. Und vielleicht bei Zeiten bei der nächsten Spielunterbrechung können wir uns auch nochmal den Elfmeter anschauen und diese starke Parade von Tom Kretschmer. Aber jetzt kommt Homburg wieder. Pall in die Tiefe für Mändler. Der ist wahnsinnig schnell. Mändler jetzt schon durch vorm Tor. Mändler links vorbeigeschossen, aber war da vorher, glaube ich, mit der Hand dran, wenn ich es richtig gesehen habe. Deswegen abgepfiffen. Richtig gesehen, Kasper. Gefährlicher Pass in die Spitze. Hier sehen wir es nochmal. Mändler nicht im Abseits. Startet dann aus der zweiten Reihe quasi. Und dann ist er in die Hand gesprungen. Hat das Tor ohnehin verfehlt, aber davor, wie gesagt, schon das Handspiel. Brinkis links raus zu Ronny Marcos, der angelaufen wird. Marcos zieht in die Mitte zurück zu Wachs, der mit dem weiten Ball nach vorne in Richtung Marcos Alvarez. Schält den Körper einmal rein und holt sich den Ball auch. Alvarez mit dem Rücken zum Tor, dann mit der Seitenverlagerung auf die rechte Seite. Stark gemacht von ihm und findet Lenkvord auf der rechten Seite. Hinterlaufen jetzt von Jason Breitenbach. Lenkvord mit dem Doppelpassversuch mit Dima Nasarov. Und jetzt hinten aufpassen. Konterchance, weit in die Spitze gespielt, aber Brinkis ist aus dem Kasten und kann erstmal nach vorne wieder spielen. Ristl im Zentrum. Berührt den Ball nicht mit der Hand, sagt der Schiedsrichter, sondern mit der Brust. Und es geht deswegen weiter mit Homburger Ballbesitz. Jansen im Zentrum. In die Spitze gespielt. Abseits von David Hummel, dem zweiten Stürmer. Der Homburger da vorne in der Spitze. Du hast es erwähnt. Das ist jetzt wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Schau nochmal den Elfmeter an. Dima Nasarov, eigentlich ein sicherer Schütze. Das wäre auch ein sicheres Tor gewesen. Aber der Torhüter hat die Ecke und hält ihn dann wirklich stark, muss man sagen. Also das war schon eine gute Parade. Vielleicht kriegt Dima Nasarov noch die Chance, heute trotzdem noch sein Türchen zu erzielen. Ist ja auch sehr, sehr gut drauf in den letzten Wochen und im gesamten Jahr 2024. UFC mit dem Kopfball im Zentrum zu Lenkfort. Der legt einmal weiter auf Wanner, aber gut aufgepasst da von der Homburger Verteidigung. Sorge ist aber auch bei uns in der Verteidigung mit dem Kopf am Start. Kann erstmal rausklären. Homburg kommt aber wieder über die rechte Seite. Wird jetzt verfolgt von Wanner. Weihrauch ist das am Ball. Immer noch Weihrauch, der auf der rechten Seite den Mitspieler findet. Dann zu Harres, der einmal ausweicht. Und wieder kommt Homburg über rechts. Zurückgelegt. Flanke aus dem Halbfeld wird abgeblockt von Sorge. Und Leon Müller. Wanner zurück auf Ronny Marcos und dann weit raus in Richtung Marcos Alvarez. Umbringt von zwei Gegenspielern. UFC weiter im Ballbesitz. Weiter Schlag nach vorne, wieder in Richtung Alvarez. Er nimmt den Ball gut an. Alvarez. Im Rücken von ihm der Gegner, deswegen muss er zurückspielen. Auf Ronny Marcos macht den Ball fest. Starke Aktion vom UFC. Und sie kommen über Neuer Knote, der angelaufen wird von Harres. Knote also rechts raus zu Breitenbach. Direktpassspiel zu Diman Nazarov. Nazarov als letztes am Ball gibt den Einwurf für Homburg. Richtig gesehen. Halbe Stunde jetzt gespielt und ich lehne nicht mal aus dem Fenster. Das war die unterhaltsamste erste halbe Stunde, die der UFC in dieser Saison, glaube ich, geboten hat. Also war alles drin. Vier Tore, ein verschossener Elfmeter. Tolle Offensivaktionen. Tolle Kabinettstückchen, aber auch schon auf beiden Seiten. Also mindestens die neutralen Zuschauerinnen und Zuschauer kommen hier voll auf ihre Kosten. Und aber auch die, die es für den UFC halten, dürften bis hierhin sehr glücklich sein mit dieser ersten halben Stunde. 3 zu 1 führt der UFC nach Toren von Wanner von Wachs. Und die Homburger, sie kommen jetzt mit Benjamin Kirchhoff. Toller Chippass auf die linke Außenbahn für Lippert. Aber dann springt er auf, wird etwas zu schnell und so kann. Linksverteidiger Dennis Lippert auf der linken Außenbahn. Diesen Ball nicht mehr laufen. Jason Breitmach, Rechtsverteidiger der Offenbacher. Der darf jetzt fast direkt neben der Eckfahne einwerfen. Homburg stellt das selbstredend hoch zu. Und Jason Breitmach, der schaut jetzt natürlich, wo sind die Anspielstationen. Und diese Einwuchssituation gut gelöst wird. Lenk fort, kann er den festmachen? Nein, aber er bleibt im Zweikampf und Marc Wachs übernimmt. Und jetzt hätte der UFC wieder die Chance schnell umzuschalten. Alvarez fürchte, der kommt aus der Abseitssituation. Ja, der Linienrichter hebt auch die Fahne. Und auch wenn der eine oder andere hier protestiert. Ich habe den Lauf von Alvarez so ein bisschen mit den Augen verfolgt. Und ich würde damit der Bewertung des Schiedsrichters, dass er des Linienrichters mitgehen. Linienrichter übrigens Raphael Kastner und Fabio Kutterer. Ja, und das würde ich mal attestieren. War keine Fehlentscheidung. Wanner mit dem Ballgewinn auf der linken Seite. Steigt einmal drauf und schickt dann in die Mitte zu Dima Nasarov. Nasarov mit dem Chipball in die Spitze in Richtung Lenkfort. Schöne Idee. Aber da kommt er leider gar nicht mehr dran mit dem Kopf. Konterchance und wieder wach sein. Mendler kommt über die linke Seite. Legt einmal zurück und startet dann den Weg in die linke Spitze. Jansen macht es diagonal auf die andere Seite. Homburg mit der Flanke aus dem Halbfeld. Harre ist auf einmal frei vor Brinki. Ist aber gut geklärt. Von Marc Wachs, der hinten die Chance wegradiert. Also die finden die Stürmer da vorne durch diese Flanken aus dem Halbfeld zu leicht. Da müssen sie achtsamer sein. Vor allem, wenn es dann schnell in die Konter der Homburger geht. Oft finden sie dann eine Unordnung im UFC. Defensivverbund. Und den haben sie hier wieder ausgenutzt, um sich die nächste Ecke zu erspielen. Dritte Ecke also für Homburg. Wieder steht Markus Mendler da bereit. Auf der linken Seite, um den Ball dann gleich mit links vom Tor wegzubringen. Jetzt kommt die Flanke auf den ersten Pfosten. Brinkis, sichere Beute diesmal für ihn. Schaut in die Spitze. Aber macht es dann nicht schnell. Kevin, das Lenkfort wird gerufen, um wieder schnell auf die rechte Seite zu kommen. Und Brinkis lässt abrollen auf Noel Knote, der einmal andribbelt und dann links rausgibt auf Alex Sorge. Sorge findet Dominic Wanner. Wird gepresst vom Gegenspieler. Muss deswegen erstmal den Weg nach hinten machen. Löst das aber stark auf Dominic Wanner. Dann zurückgelegt auf Mark Wachs. Wanner macht ein sehr gutes Spiel bisher. Und dann geht es rechts raus auf Jason Breitenbach. Zu Lenkfort. Gegen Lippert verliert er den Ball. Und dann links raus auf Mendler. Achtung, Mendler im Sechzehner mit der Reingabe. Harres mit dem Abschluss und dem 2 zu 3. Nach diesem Ballverlust auf der rechten Seite geht es dann zu schnell. Und Markus Mendler mit seinem nächsten Assist. Zwei-Tore-Führung. Ich mag sie nicht. Ich habe es schon gegen Freiberg gedacht. Immer trügerisch, während Homburg einen Doppelwechsel vorbereitet. Es steht nur noch 3 zu 2 von der UFC. muss versuchen, wieder Herr dieses Spiels zu werden. Hier sehen wir es nochmal. Markus Mendler auf der linken Seite findet im Rückraum dann auf einmal den ganz freien Harres. Und er chippt den Ball dann rein. Macht er cool. Also, 35. Nur noch 3 zu 2, weil Harres das Tor macht. Anstoß, UFC. Zurück auf Mark Wachs. Saisontor Nummer 17, also für Phil Harres. Ja, 3 zu 2 jetzt nur noch. Und auf Homburger Seite. Nach 35 Minuten. Okay, jetzt schauen wir aber erstmal in der UFC mit dem nächsten Ballverlust. Das waren jetzt Wirkungstreffer für den UFC. Und den muss er jetzt verdauen. Ich hatte im Vorfeld des Spiels, hatte ich auf 3 zu 2 getippt. Und dass das aber nach 35 Minuten schon das Ergebnis sein würde, das war ehrlicherweise nicht Teil des Tipps. Mal gucken, was diese Partie noch für uns zu bieten hat. Beide Mannschaften packen hier alles, was man sonst in 90 Minuten erlebt. In einer halben Stunde auch. Zwei Wechsel, die man sonst erst hinten raus vielleicht sieht. Von Homburger Seite. Da werden jetzt gleich Michael Heilig und Lukas Quirin kommen. Mal schauen, wen Trainer Danny Schwarz da rausnehmen wird. UFC läuft hier das hohe an. Deswegen der Ball jetzt auf Homburger Seite. Zurück beim Torhüter bei Tom Kretschmer. Derjenige, den den Elfmeter verursacht, aber eben auch bärenstark gehalten hat. Homburg jetzt im Spielaufbau über Linksverteidiger Dennis Lippert. Und dann geht es Mart Ristel ins Zentrum. Jansen. Es ist ein sehr schnelles Spiel bisher. Es geht wirklich hin und her und der Ball ist nicht lange an einer Stelle. Jansen jetzt in der Defensive der Homburger. Und dann finden sie in der Mitte Mart Ristel. Der verteilt auf die rechte Seite in Richtung Harris. Der schirmt den Ball erstmal gut ab und chippt den Ball dann aber ins Seitenhaus. Gibt den Einwurf für den UFC. Sorge überlässt Ronny Marcos den Ball. Und der FC 08 Homburg wird zum ersten Mal wechseln. Bringt zwei neue. Heilig und Quirin kommen aufs Feld. Vom Feld geht es um einen die Nummer 20. Das ist Maximilian Jansen. Jansen geht vom Feld. Und Benni Kirchhoff geht vom Feld. Also Doppelwechsel in der ersten Halbzeit. Das sieht man auch nicht immer. Und Quirin und Heilig neu auf dem Platz. Ich mache das hier gerade nochmal auf dem schlauen Zettel, den ich hier liegen habe. So, das ist also der erste Wechsel der Partie. Benni Kirchhoff gegen seinen Ex-Verein. Gegen uns wird er also schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Die Gründe kann man natürlich hier oben nicht so wirklich wissen. Weiter geht es für uns mit einem Einwurf. Ronny Marcos in die Spitze in Richtung Alvarez. Der lässt mit dem Kopf abtropfen auf Wanner. Wanner nimmt er zu Leon Müller. Der zu Lenkfort. Ja, versucht den Doppelpass mit Müller. Noch nicht das Spiel von Kevin Lenkfort bisher. Und Homburg kontert auf der linken Seite. Werden aber verfolgt. Und Lenkfort bügelt das Ganze selbst hinten wieder aus. Das wird ihm gut tun. Jetzt dieser Szenenapplaus von den UFC-Fans. Gute Grätsche da von ihm, bevor Lippert an den Ball kommt. Jetzt gibt es den Einwurf für Homburg. Und Lippert wird ausführen. Also, ein ganz, ganz wildes Spiel. UFC geht schnell mit 3 zu 0 in Führung in der ersten Viertelstunde. Und dann kommt Homburg aber zurück. Jetzt schon mit der nächsten Hereingabe. Achtung, Homburg im 16er mit dem Abschluss. Doppelt abgefälscht. Von Ronny, Marcos und Knote. Die, glaube ich, beide dran waren. Und dann gibt es die nächste Ecke für Homburg. Also, es ist wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Homburg jetzt natürlich durch dieses Momentum und diesen zwei Toren mit leichtem Überwasser riechen hier an den möglichen Ausgleich. Mendler schreitet zum nächsten Eckball. Dieser wird natürlich wie immer präsentiert von PediProtect, unserem starken Eckensponsor im Kickers TV. Der ganze Stream wird präsentiert von der Sparkasse offenbar. Ich glaube, das ist die fünfte Ecke für Homburg. Jetzt von der rechten Seite. Mendler mit links auf den kurzen Pfosten. Rausgeköpft. Zweiter Ball schon wieder bei Mendler. Der flankt aus dem vollen Lauf, aber findet nur die Arme vom sicheren Brinkis. Brinkis wirft ab auf die rechte Seite zu Dima Nazarov. Nazarov findet erstmal... Ah, Marcos Alvarez, aber findet ihn auch auf dem falschen Fuß leider. Abprallall wieder bei Dima Nazarov. Überkopf, der passt nach vorne und es gibt den Einwurf für Homburg. Auch das Publikum wird nochmal laut. 40. Spielminute jetzt. Und es steht leider nur noch 3 zu 2 nach einer 3 zu 0 Führung. OFC muss es schaffen, sich wieder zu ordnen gegen diesen wirklich innerhalb weniger Minuten erstarken Gegner aus Homburg. Hat jetzt aber den Ball. Knotte zurück zu Johannes Brinkis. Brinkis, der einmal raufsteigen kann. Und jetzt Knotte nach vorne schickt mit dem weiten Ball auf die rechte Seite. Zu Kevin Lenkfort. Guter Ball. Lenkfort verteilt mit dem Kopf weiter auf Alvarez. Und Homburg verspringt der Ball. Lenkfort holt sich jetzt den Einwurf. Überlässt dann aber doch Jason Breitenbach, der mit nach vorne gekommen ist. Und dann geht es zurück. Zu Noel Knotte. Neuaufbau, UFC. Mark Wachs steigt einmal auf den Ball. Und schiebt rüber zu Alex Sorge. Sorge kann mal andribbeln. Und spielt dann in den Zwischenraum. Ach, zu Wanner. Aber ungenau. Oh, dieser Pass. Zweiter Ball ist bei Homburg. Und Homburg kann eventuell kontern mit Haares. Aber Ronny Marcos ist dazwischen. Und kann den Ball auch noch vor der Seitenlinie im Spielfeld behalten. Homburg allerdings wieder im Ballbesitz. Einmal in die Mitte geschoben. Kivirin. Fledet fast den Ball gegen Dima Nasarov. Aber Homburg bleibt erstmal dran. Über die linke Seite jetzt mit Lippert. Der viel mit einbezogen wird in den Spielaufbau. Dann aber wieder zurück in die Verteidigung. Zum eben eingewechselten Michael Heilig. Zu Matt Ristel, der sich den Ball abholt. Wieder zu Heilig. Jetzt in der UFC-Hälfte. Und Lippert auf der linken Seite gefunden. In die Mitte gelegt. Zu Weihrauch. Der weiter zu Quirin. Den Zehner. Der Homburger wieder links raus zu Weihrauch. Mendler und Weihrauch haben mal die Seiten gewechselt. Ristel jetzt mit dem weiten Ball in die Spitze. Zu Mendler. Der kommt auch noch dran. In die Mitte gelegt. Aber da ist erstmal Jason Breitenbach, der die Kugel rausfeuert. Vor der Halbzeit jetzt bloß kein Tor mehr kassieren. Vielleicht noch selbst eins schießen. Das wäre natürlich toll, mit einem zwei Tore Vorsprung in die Pause gehen zu können. Nachdem man hier wirklich losgelegt hat, wie die Feuerwehr. Und es gibt einen Wurf für den UFC. Tief in der eigenen Hälfte auf der rechten Seite. Du hast es angesprochen. Das muss jetzt die Maxime sein. Diese Führung jetzt irgendwie noch in die Halbzeitpause zu bringen. Und sich da zu sortieren. Sich zu schütteln. Kann sich jeder mal fragen, ob man so ein Spiel schon mal erlebt hat. Aber das erstmal aus den Knochen zu bekommen. Christian Eithert wird ja sicherlich insbesondere defensiv die ein oder andere Sache zu sortieren haben. Anzusprechen haben. Müssen wir glaube ich keinen Hehl draus machen. Alles was offensiv toll war, war defensiv leider ausbaufähig. Und da waren noch einige Male große Räume, die die Homburger da bespielen konnten. Und auch jetzt wieder kommen sie da in den Strafraum hinein. Und dann ist es ein Freistoß für Homburg. Und ich frage mich ehrlicherweise, worüber sich die Homburger Trainerbank gerade aufregt. Vielleicht, dass es keinen Vorteil gab. Das ist die einzige Erklärung. Wo ist es denn auf der linken Seite kam auf einmal Lippert an den Ball. Freistoß gibt es trotzdem für Homburg. Aus zentraler Position. 24, 25 Meter Entfernung zum Tor. Ich bin mir fast sicher, dass Markus Mendler diesen Freistoß ausführen wird. Auch Phil Harres steht da bereit. Mendler mit links oder Harres mit rechts. Freistoß. Zentrale Position. Und jetzt angepfiffen. Mendler mit dem Freistoß, aber den hebt er übers Tor. Rutscht da so ein bisschen weg. Bei dem Schuss keine Gefahr. Also für Johannes Brinkis und das Tor des OFCs. Und Homburg holt jetzt schon den nächsten Spieler vom Warmmachen zu sich. Ich glaube, das ist der Mann mit der Nummer 18. Dominik Noah Schmidt, der da zur Bank trabt. Ich weiß nicht, ob der jetzt vielleicht schon eingewechselt wird noch vor der Halbzeit. Würde mich wundern, um ehrlich zu sein. Weiter Abstoß von Brinkis in Richtung Lenkfort. Der leitet weiter. Aber Homburg erstmal dazwischen. Leon Müller nochmal mit dem Kopfball in die Spitze. Lenkfort gewinnt das Kopfball-Doll gegen Ristel. Und dann ist es Alvarez, der gefoult wird. Und es gibt den Freistoß für den OFC. Halbrechte Position. Ein bisschen weit weg für den Direktversuch. Ja, obwohl Marcus Alvarez ist ja einer, der von überall schießen kann. Und das auch ganz gerne mal macht. Halbrechte Position. Es sind bestimmt 30 Meter Torentfernung. Also wahrscheinlich erst mal was für eine Freistoßflanke. Wir schauen nochmal aufs Foul von eben Lenkfort, der dann gleich den Kopfball gewinnt gegen Mart Ristel. Und dann ist es Wachs, der Marcus Alvarez findet. Der kriegt von hinten einen ab von Heilig. Und deswegen gibt es jetzt den Freistoß. Also, Marcus Alvarez oder Marc Wachs. Mit links Wachs oder mit rechts Marcos Alvarez. Wachs macht es mit links, schaufelt ihn rein auf den langen Pfosten. Riesenchance, weil Müller noch dran kam. Aber Kretschmer rettet zur Ecke. Guter Freistoß von Marc Wachs. Wetterweich getreten da auf den langen Pfosten. Und Leon Müller kriegt nicht mehr ganz so viel dahinter. Wir schauen uns das Ganze aber trotzdem nochmal an der Wiederholung. Also Marc Wachs. Müller da als vierter UFC-Spieler. Kommt dann da an den Ball mit dem langen Bein. Ach, schade. Kriegt nicht mehr genug Druck dahinter. Das wäre es gewesen. Gute Chance war das für den UFC. Und weiter geht es mit dem nächsten Eckball für die Kickers. Marc Wachs. Vier Schritte Anlauf. Jetzt kommt da reingesegelt in Richtung Müller. Verlängert nochmal zu Dima Nazarov. Nazarov geht an die Grundlinie und holt die nächste Ecke raus. Also nächste Ecke jetzt von rechts. Stichwort Führung in die Pause nehmen. Das kann man natürlich auch mit einer Zwei-Tore-Führung. Also vielleicht jetzt dann nochmal die Halbzeit positiv abschließen. Auch das psychologisch wichtig. Ohne Frage. Würde dem UFC sicherlich nochmal ein bisschen Oberwasser geben. Und die Fans, die fordern, es aufgeht, es schießt ein Tor. Stadion spürt, es wäre jetzt möglich. Vier Minuten nach Spielzeit. Ja, das ist in so einer ereignisreichen ersten Halbzeit gar nicht so aus der Luft gegriffen. Das kann schon sein. Markus Alvarez mit rechts vom Tor weg. Es läuft da an. Ball hineingetreten in den Fünferraum. Zweiter Ball ist nochmal bei Nazarov. Der macht den Ball nochmal scharf. Zweiter Ball bei Wanner. Und dann geht der Ball aber deutlich über das Tor. Und es dürfte Abstoß für Tom Kretschmer geben. Und Wanner regt sich satirisch auf. Er sagt, der Ball war nochmal abgefälscht. Weiß nicht, ob wir das vielleicht nochmal haben in der Wiederholung. Geht weiter mit Abstoß. Also für Hamburg. Das müssen wir hinnehmen. Vier Minuten gibt es oben drauf. Vor der Schiedsrichter gesagt. Also Abstoß. Jetzt in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Für Homburg. Kretschmer weit nach vorne geschlagen in Richtung Harris. Aber Leon Müller kommt dran. Zweiter Ball bei Marth Ristl. Dritter bei Marcos Alvarez. Der gegen Mändler draufkommt. Und es gibt den Einwurf für den UFC. Und da gibt es die kleine Faust von Marcos Alvarez. Das ist starke Aktion von ihm, wie er da Marcos Mändler abgrätscht. Und auch noch den Einwurf rausholt für den UFC. Der ist in Breitenbach zurückgeworfen. Erstmal zu Noe Knote. Ja, und Homburg stellt oben zu. Links geht der Ball raus zu Ronny Marcos. Der muss einmal draufsteigen auf den Ball. Und findet dann Dominik Wanner. Ja, und der Auslinie geht vorbei am ersten. Und es gibt den Einwurf für den UFC. Das Ganze vor Block 2. Aber noch in der Kickershälfte. Ronny Marcos täuscht einmal an, dass er zurückwirft. Findet dann im Zentrum Dima Nazarov. Der tritt einmal drauf auf den Ball. Von zwei Gegenspielern umringt. Kommt mit dem Ball raus aus der Situation. Dima Nazarov geht auch in die linke Seite und holt den nächsten Einwurf. Etwa 20 Meter Raum gewinnt für den UFC. Dima Nazarov überlässt dann aber doch nochmal Ronny Marcos. 47. Minute jetzt abgelaufen. Ja, etwas uneinig da hinten im Defensivverbund der Homburger. Kopfball-Duell jetzt zwischen Marc Wachs und einem Verteidiger. Der Homburger kann jetzt aus die Ferne nicht sehen, wer es genau war. Aber da hat der Homburger so ein bisschen was gegen den Kopf bekommen. Ich glaube, Kopf an Kopf war das dann. Wenn das bei einem die Stirn und bei dem anderen die Schläfe ist, dann tut das natürlich weh. Gute Besserung an den Homburger hier auf dieser Weise. Hier sehen wir es nochmal. Einmal mehr und ich glaube, das ist auch immer für die Selbstreflexion ganz wohltuend oder ganz gut für mich gerade eben wieder gut sichtbar gewesen, wie unterschiedlich die Vereinsbrillen sein können. Und meine Wahrnehmung war, muss man da den Freistoß pfeifen? Und die Homburger Bank springt auf und sieht da eigentlich fast eine Tätlichkeit und fordert dann mindestens die gelbe Karte. Und die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und dann ist diese Freistoßentscheidung vom Schiedsrichter richtig. Aber zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich dann die Wahrnehmungen sein können. Vor allem, wenn man es dann eben mit den beteiligten Akteuren da unten auf dem Platz hält. Und wir halten jetzt aber erst mal die Daumen, dass es beim Sportskameraden der Homburger weitergeht, der sich da, wie du schon angedeutet hast, sehr doll wehgetan hat. Und deswegen jetzt gerade die Verletzungsunterbrechung. Und die vier Minuten Nachspielzeit sind ja auch schon abgelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass der Schiedsrichter vielleicht auch gleich einfach direkt zur Halbzeit pfeift. Und es wäre jetzt nicht komplett unangebracht. Könnte man schon machen, dann hätte der UFC diese 3-2-Führung in der Halbzeit gebracht. Dann wäre es eine der wildesten ersten Halbzeiten seit ganz, ganz langer Zeit am Bebererberg hier überstanden. Jetzt glaube ich nochmal anpfeifen wieder. Ich glaube auch, der Homburger läuft vom Platz. Lippert ist es, der linke Verteidiger. Hoffentlich kann es weitergehen für ihn, nachdem er da was am Kopf abbekommen hat. So, 49 Minuten haben wir jetzt gespielt in der ersten Halbzeit. Das heißt, die vier Minuten Nachspielzeit sind abgelaufen. Schiedsrichter schaut auf die Uhr, pfeift das Ganze nochmal an. Es ist also noch eine gute Minute, die wir jetzt hier sehen können. Weiter Abstoß. Knote gewinnt erstmal das Kopfball-Duell. Zweiter Ball bei Marcos Alvarez. Der dreht sich einmal um Quirin. Wird dann gefoult. Und geht weiter mit dem Freistoß für den UFC. Marc Wachs legt sich die Pille hin. Wartet jetzt, ob Wanner vielleicht nochmal einen tiefen Lauf anbietet. Ja. Lässt es dann aber doch und spielt zurück. Auf neue Knote. Der immer draufsteigt, wie der auf Wachs gibt. Hat er noch einen im Köcher. So einen langen Ball. Erstmal legt er zurück auf Knote. Links wäre ein bisschen Platz für Ronny Marcos. Jetzt wird Wachs von zwei Gegenspielern angelaufen. Finde in der Mitte Leon Müller. Sechs Homburger da im Pressing. Leon Müller verteilt erstmal auf Brinkis. Der kann den dann weit nach vorne schlagen. Und zweiter Ball ist bei Ronny Marcos auf der linken Seite. Muss nochmal abdrehen. Zurückspielen auf Sorge. Und der Abpraller landet bei Noel Knote. Spielt ganz zurück zu Brinkis. Und Brinkis mit dem nächsten langen Ball. Diesmal auf die rechte Seite in Richtung Lenkfort. Lenkfort mit dem Kopf verlängert in Richtung Diman Asarov. Nochmal Lenkfort mit dem Kopf verlängert in die Spitze in Richtung Alvarez. Rückpass jetzt von Homburg zum Torhüter. Querschläger vom Torhüter. Und vielleicht sehen wir noch eine Ecke in dieser ersten Halbzeit. Aber Lippert rettet noch gerade so, bevor es die nächste Ecke gibt. 50 Minuten jetzt gespielt. 50,5 Minuten sogar gespielt in dieser ersten Halbzeit. Und wir sehen noch einen langen Einwurf vielleicht von Lenkfort oder von Jason Breitenbach. Ich glaube, es ist okay, wenn wir mit dem 3 zu 2 in die Hälfte gehen. Daher gibt es einiges jetzt zu besprechen in der Halbzeit. Das ist klar. Viel Positives, aber auch ein bisschen was Negatives. Einwurf jetzt zu Diman Asarov mit der Hacke nochmal zurück zu Breitenbach. Und es gibt tatsächlich nochmal eine Ecke für den UFC. Also, diese Ecke nehmen wir noch mit vor der Halbzeit. Der Schiedsrichter sagt auch, da machen wir jetzt auch logischerweise das 4 zu 2. Du sagst es, Gaspar. Ich mach das mal, wenn es okay für dich ist. Dafür stehen wir jetzt mal auf und schauen, wer den Eckball jetzt ausführen wird. Marc Wachs oder Marcos Alvarez. Alvarez, die letzte Ecke kam sehr gut von der Seite. Hat er ja auch im Interview unter der Woche gesagt, er will Gas geben. Klar wartet man von mir auch, dass man gute Ecken schießt. Erste Ecke kam gut. Schauen wir mal, wie diese hier wird. Nächste Ecke kommt auch gut auf den zweiten Pfosten. Uh, da geht's. Ich glaube, Sorge war das im 16er zu Boden. Zweiter Ball landet bei Diman Asarov. Und jetzt pfeift er die Partie ab, beziehungsweise die erste Halbzeit ab. Okay, wir schnaufen auch mal durch nach diesen wirklich ereignisreichen ersten 45 Minuten und melden uns gleich wieder. Ciao, ciao. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Ziemlich zeitig geht auch der FC 0 nach Homburg rein. Und wir wollen nochmal Revue passieren lassen, was da in der ersten Halbzeit alles passiert ist. Wir schauen uns nochmal die ganzen Tore an. Fünf Tore haben wir schon gesehen. Einmal ist Jansen ausgerutscht. Das hat Wanner genutzt. Und hat das Ganze aus 17 Metern wirklich stark abgeschlossen da ins lange Eck mit links. Das war das 1 zu 0 des UFCs. Das 2 zu 0 kam gerade mal eineinhalb Minuten später durch Marc Wachs, der von Alvarez gefunden wurde. Starker Pass, super reingegrätscht. Das also das 2 zu 0. Nicht lange später, in der 15. Minute kam dann auch das 3 zu 0. Wieder Wanner, der super, von dem man also aufgefunden wurde und cool blieb. Aber dann wendete sich so ein bisschen das Blatt. Homburg kam besser rein ins Spiel. Quasi im direkten Gegenstoß fast. Kam dann die Flanke aus dem Halbfeld. Und Mendler konnte per Kopf verwandeln zum 3 zu 1. Und dann war es in der 35. Harres, der zum 3 zu 2 einschippte. Zwischendurch nochmal ein Elfmeter für Nasarov, den er leider nicht verwandeln konnte. Stark geschossen, aber noch besser gehalten vom Torwart der Hamburger. So ging es dann in der Halbzeit. Und wir haben immer noch ein paar besondere Grüße loszuwerden. So ist es. Im Namen des kompletten KickersTV-Teams. Gratulieren wir unserem Mann an der Führungskamera, der die Bilder von unterm Stadionbach euch einfängt. Robert Becker zum Geburtstag. Ich glaube, 27 Jahre ist er jung geworden, geschätzt. Also so sieht er auf jeden Fall aus in der Blüte seines Lebens, Herr Robert. Und kommt ihm alles Allerliebste zum Geburtstag, mein Bester. Du schätzt ihn genauso jung, wie die Spieler Christian Hock geschätzt haben. Es scheint wohl eine Menge Respekt da zu sein. Und wir wollen auch mit den Geburtstagsgrüßen gar nicht aufhören. Bubu Knecht hat heute auch Geburtstag. Alles Gute an unsere UFC-Legende, der auch oft bei uns zu Gast in der Traditionsloge ist. Also, das sind die Geburtstagskinder. Christian Hock hatte ja auch Geburtstag. Das haben wir schon gefeiert, aber auch hier nochmal im Kickers TV. Alles Gute nachträglich an unseren Geschäftsführer Christian Hock. Und wir blicken auf die zweite Halbzeit. Also, er hätte gerne Mäuschen gespielt da, was in der Kabine besprochen wurde. 3-0-Führung, dann ein 3-2. Homburg ganz stark geworden. Ball rollt übrigens wieder jetzt erstmal in die Verteidigung der Homburger. 3-2 steht es. Quirin wurde in der ersten Halbzeit eingewechselt, treibt jetzt den Ball auf die rechte Seite voran, legt aber erstmal ab zu Weihrauch. Und dann geht es hintenrum zu Felix Weber. Da eine Station weiter in die Verteidigung zu Heilig. Und links raus zu Lippert. Der wird von Lenkfort angegriffen. Und deswegen gewinnt der UFC den Ball mit Jason Breitenbach. Und Leon Müller auf die rechte Seite zu Lenkfort, abgegrätscht eines Homburgers. Und dann gibt es den Einwurf für den UFC. Jason Breitenbach ganz nach hinten zu Noel Knote. Knote nimmt Alex Sorge mit auf der linken Seite. Vielleicht ein bisschen Platz für Dominik Wanner. Er sieht Sorge auch. Wanner muss einmal annehmen, wird dann direkt gestört von Steinmetz. Und dann geht es den weiten Ball in Richtung Dima Nasarov. Etwas zu weit für ihn. Und dem klatscht er da hinterm Rücken an die Hand. Deswegen gibt es jetzt auch diesen Freistoß. Homburg schon ausgeführt, kurz ausgeführt. Wanner setzt nach, holt sich den Ball gegen Weihrauch. Kein Foulspiel. Wanner in die Mitte gelegt zu Alvarez. Alvarez wartet jetzt auf Jason Breitenbach. Breitenbach aus dem Halbfeld. Mal mit der Flanke. Oh, gerade so. Vom Kopf von Dominik Wanner geklaut, diese Flanke. Starke Flanke von Breitenbach da in Richtung Wanner. Der hat sich schon weggestohlen. Da im Rücken des Verteidigers und lauerte am zweiten Pfosten. Aber gerade noch so geklärt von Weber, der glaube ich als letztes dran war. Wir schauen nochmal auf die Situation. Alvarez, der Jason Breitenbach findet. Und dann ist es eine tolle Flanke eigentlich auf Wanner. Aber Weber ist noch da, bevor er einköpfen kann. Ecke OFC. Mark Wachs mit links vom Tor weg. Wachs jetzt bringt er in den kurzen Pfosten. Verlängert. Abschluss. Oh, Lenkfort geblockt. Bevor er wirklich gefährlich werden konnte. Und dann ganz weit raus aus der Gefahrenzone geschossen von Mendler. Johannes Brinkis wird angelaufen von Haares. Zweiter Ball in die Spitze in Richtung Knote. Homburg küpft erstmal raus. Zweiter Ball ist bei Lenkfort und Homburg. Ja, schlägt das Ding über die Seitenlinie. Gibt aber Stürmerfoul. Gibt Pfiffen gegen Lenkfort, weil er dagegen Lippert ein bisschen zu spät kam. Freistoß also für Homburg. Kevin Lenkfort da direkt mal ein körperliches Zeichen gesetzt. Und gerade eben, wenn sein Abschluss nicht geblockt wird, sondern durchrutscht, ich glaube, dann setzt er hier das 4 zu 2. Hätte ihm sicherlich gut getan. Der Mann, der ja eine erste Halbzeit hatte, in dem ihm nicht alles gelungen ist. Jetzt den Durchgang 2. Hat er jetzt nochmal die Chance bekommen, das zu verbessern, sein Spiel? Der UFC mit dem vermeintlichen Ballgewinn, Mark Wachs, der da einen Pass im Aufbauspiel der Homburger abläuft, aber eben nur mit dem Fuß so dazwischen kommt, dass er ins Seitenhaus geht, der Ball. Homburg aus der Rechtsverteidigerposition, wo Tim Steinmetz spielt, der kurz vor Anpfiff ganz spontan in die Startelf gerutscht ist, weil sich Max Dombrovka beim Aufbeeren verletzt hatte. Da jetzt am Ball lässt er Wachs gut aussteigen. Gut hier den Druck aufgelöst von Steinmetz, sondern nicht viel Verlagerung ganz links raus auf Lippert. Und der Homburg-Angriff, der läuft jetzt wie die linke Außenbahn. Da ist der Bärenstarke. Markus Mendler auf links ist unterwegs. Die Flanke von Breitenbach, aber gut verteidigt, gut abgewehrt. Und so gibt es einen Wurf, Homburg wieder zurück auf Quirin. Einer der beiden frühen Doppelwechsel bei Homburg. Jetzt wieder über links mit Mendler. Dem sollte man nicht so viel Platz geben. Das ist nur Geleitschutz und so. Der passt in den Strafraum rein. Der war aber zum Glück nicht so ganz optimal. UFC kann das verteidigen. Langer Ball auf Alvarez. Mit dem Kopf holt er den sich runter und kann ihn dann auf Nassarov ablegen. Aber der kriegt die Kugel dann abgejagt. Und da ist wieder Mendler am Tanzen. Verteilt dann rechts raus auf Weihrauch. Der dreht sich und dreht dann aber erst mal ab. Und dann geht es zum Zentrum. Quirin, Steckpass durch, das Zentrum durch. Abseits wird da gefordert. Wird aber nicht gegeben. Und Phil Harris mit Saisontor Nummer 18. 3 zu 3. Mario Schnellker fordert vehement Abseits. Wir warten gespannt aufs Replay. Aber es ist nicht das erste Mal, dass die UFC ab der große Lücke offenbart. Ja, der Pass, der hatte sich schon angebahnt. In der 50. Phil Harris macht seinen Doppelpack im heutigen Spiel. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Also Quirin, dann ist es Abseits. Naja, das muss er eigentlich sehen. War auf der Höhe der schiedsrichter Assistent. Also Harris erzielt das 3 zu 3. Und das ist ein Wahnsinnsspielverlauf natürlich. Unglaublich. UFC muss sich jetzt absolut fangen. Breitenbach. Zurück zu Neue Knote. Neue Knote dann rechts raus zu Jason Breitenbach. Ja, und Homburg macht einfach weiter. Die Pressen, die haben das Momentum aus der ersten Halbzeit mit in die zweite gebracht. Und das ist ein ganz unangenehmer Gegner. Wenn Homburg gut drauf ist, dann spielen sie richtig gut Fußball. Und sind eben auch eiskalt vorm Tor. Leon Müller holt sich mal den Ball an der rechten Außenbahn. Und findet Marcos Alvarez, der weggeschubst wird. Und da gibt es den Freistoß für den UFC. An der rechten Außenbahn direkt vor Waldemar. Block 2. Knote links rüber zu Alex Sorge. Er muss abdrehen und Brinkis mitnehmen. Und dann ist es Brinkis. Erstmal am Ball. Vielleicht mal ein weiter Schlag in Richtung Wanner. Timor Nazarov beim Kopfballduell. Und dann klärt Homburg aber erstmal raus. Und macht dann den nächsten Wechsel bereits. Nummer 2 kommt aufs Feld. Das ist Laurin von Piachowski. Also, weißt du mehr über ihn? Ja, erfahren einen Verteidiger. 1,93 Kante, dass der groß ist. Habt ihr sicherlich schon in den Kamerabildern gesehen. 30 Jahre alt. Hat schon 35 Drittligaspiele im Nacken. Den kennen wir unter anderem noch von der SV Elversberg. Wo er auch gegen den UFC immer wieder starke Spiele abgeliefert hat. Zumindest in meiner Erinnerung ist das so. Kommt jetzt rein für Lippert. Lippert, Linksverteidiger. 1,72 groß. Also, da wurde mal eben 20 Zentimeter zusätzliche Körpergröße eingewechselt. Und er ordnet sich da direkt in der Innenverteidigung ein. Und hat da auch direkt den ersten Zweikampf gewonnen gegen Alvarez. Sich sofort eingefügt in dieses Spiel. Sorge, den langen Ball da abgefangen. Und wächst aber direkt mit dem Ballverlust. Und Homburg jetzt mit dem Konterspiel über links. Da hat Mendler sehr viel Platz. Wird da jetzt erstmal gestellt von Breitenbach. Und dann vertändelt er so ein bisschen den Ball der UFC. Kriegt das aber nicht geklärt. Und so kommt der Ball nochmal hinein in den Strafraum. Da ist wieder Mendler, der zu Boden geht. Einen Elfmeter, glaube ich, gar nicht erst fordert. Denn das fahrt so offensichtlich keiner. Und Johannes Brinkis den Ball da erstmal in die Hand nimmt. Also, es sieht mir ein bisschen so aus, als hätte Homburg jetzt umgestellt. Auf eine Dreierkette zumindest haben sie jetzt nominell drei Innenverteidiger auf dem Feld. Mein Gott, sind die auch gefährlich jetzt gerade. Die sind so quirlig unterwegs. Vor allem eben dieser Markus Mendler, über den wirklich fast jede gefährliche Aktion geht. So, UFC muss zurückkommen in die Spur. Hat hier 3 zu 0 geführt. Jetzt steht es 3 zu 3. Jetzt gibt es aber auch den Freistoß für den UFC, auch für der Mittellinie. Der UFC braucht im Grunde genommen jetzt genau das, was Homburg nach dieser starken Anfangsphase des OFCs hatte. Den einen lichten Moment, der dich hier wieder den Fuß auf den Boden bekommen lässt. Genau das braucht der UFC jetzt. Aber dafür hat er die Kreativen, die starken Spieler. Ein Alvarez, ein Nazarov. Die sind erfahren. Die können auch mal mit einer Einzelaktion was reißen. Und ich glaube, genau so eine richtig starke Einzelaktion dieser beiden Ausnahmekörner da vorne drin. Die bräuchte es jetzt, damit der UFC hier so ein bisschen wieder reinkommt in diese Partie. Und da ist einer der beiden jetzt am Ball. Nazarov, erstmal zurückgelegt auf Breitenbach. Der wird ja direkt gestört bei der Ballannahme. Deswegen geht es ganz hinten rum, aber gut gelöst von Jason Breitenbach. Erstmal die Ballbesitzverhältnisse gesichert für den UFC. Und der UFC mit Marc Wachs, der jetzt ganz links raus verteilt auf Ronny Marcos auf der linken Außenbahn. Wird gestellt von einem Gegenspieler Ronny Marcos. Der geht jetzt ins Tänzchen. Geht er vorbei am Gegenspieler Richtung Grunde. Die tolle Flanke von Markus auf den zweiten Pfosten. Und Müller mit der Volleyabnahme. Aber die geht unter das Dach. Aber starke Aktion von Wachs. Und dann Final von Ronny Marcos, der da gut ins Dribbling geht. Richtung Grunde. Eine Flanke passt auch. Und Müller dann so ein bisschen in Rücklage. Und der UFC, er wird offensiv was umstellen. Jan Urbich und Rafael Garcia stehen da an der Seitenlinie. Mal schauen, wer dafür runtergeht. Ich könnte mir vorstellen, Garcia als rechts außen. Jawohl. Kevin Lenkfort verlässt den Platz. Und Marcos Alvarez wird runtergehen. Und mit der Nummer 10 Marcos Alvarez. Und Garcia rechts außen für ihn und im Sturmzentrum. Urbich für Alvarez. Und wir begrüßen neu mit der Nummer 7. Jan Lenkfort wird jetzt in den nächsten Wochen wieder mehr Spielpraxis sammeln. Das ist ganz klar. Mit der Nummer 36. Marcos Alvarez geht vom Feld. Hat die Vorlage zum 2 zu 0 gegeben. Gute erste Halbzeit gespielt. Jetzt kommt Jan Urbich, um nach vorne eine andere Spielweise jetzt anzugehen. Also Rafa Garcia und Urbich aufs Feld gekommen. Abstoß. Homburg weit auf die linke Seite zu Harres. Der versucht, um Knote rumzukommen, holt sich den Einwurf. Markus Mendler findet er mit diesem Einwurf. Aber neue Knote schnappt sich erstmal die Kugel. Und schlägt ihn dann weit hinten raus in Richtung Nazarov. Der verlängert auf Urbich mit seiner ersten Aktion. Verlitt aber den Ball dann an Quirin. Der den Ball erstmal festmacht. Und rückspielt zur Verteidigung. Marth Ristl. Quirin bis ganz zurück zum Torhüter. Wird jetzt angelaufen von Urbich. Oh oh. Hat er den Ball noch gerade so losbekommen. Und spielt ihn in die Spitze. Zweiter Ball ist bei Homburg. Also das Zentrum nicht mehr so dominant wie zu Beginn der ersten Halbzeit beim OFC. Und Homburg verteilt auf die rechte Seite Steinmetz. In die Mitte gelegt jetzt zu Marth Ristl. Ristl zu Quirin. Doppelpass mit Ristl. Mendler nochmal zurück. Und irgendwie bekommen sie dann ein Füßchen dazwischen mit Alex Sorge. Ja, schade. Rafa Garcia wäre auf der rechten Seite dafür eine Kontermöglichkeit da gewesen. Zweiter Ball ist aber wieder beim OFC. Und jetzt verteilt Marc Wachs auf die rechte Seite. Starker Diagonalball in Richtung Rafa Garcia. Laufduell mit Heilig. Der hatte ein paar Meter Vorsprung. Und schafft das dann auch den Ball erstmal zu holen. Aber Fehlpass jetzt von Mendler. Im Aufbau. Und ein Breitenbach, der da zu Boden gerissen wird. Vorteil OFC. Rafa Garcia. Auch er wird gefoult. Und es gibt jetzt den Freistoß für den OFC. Rechte Seite. Verlängerung der Strafraumlinie. Torentfernung rund 35, 36 Meter. Weil es eine diagonale Entfernung ist. Aber das ist natürlich was jetzt für eine Freistoßflanke. Und die erste aus dieser ähnlichen Situation oder Position. Vielmehr. Kam sehr gut von Marc Wachs. Und zwar auf den Fuß von Leon Müller. Leider hat er nicht mehr genug Druck dahinter bekommen. Vielleicht findet er jetzt den Kopf von Knote. Wie wäre es? Ja, das war glaube ich ein Mittel, was unter anderem auch hier am Biberer Berg schon das ein oder andere Mal gefährlich wurde. Und aber auch schon definitiv zum Erfolg geführt hat. In genau der Komposition. Und das Stadion, es spürt. Jetzt muss man die Mannschaft hier ein bisschen nach vorne drücken. Und den Freistoß drückt jetzt Wachs in den Strafraum hinein. Torhüter faustet erstmal raus. Zweiter Ball ist beim OFC mit Ronny Marcos. Aber mit dem etwas leichtfertigen Fehlpass. Und so kann Homburg jetzt vielleicht kontern. Ronny Marcos super im Gegenpressen. Und dann soll es ein Foul gewesen sein von Ronny Marcos. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber... Also er trifft den Ball und er trifft, glaube ich, auch den Fuß seines Gegenspielers. Und der Schiedsrichter hat etwas stärker gewichtet, dass Ronny Marcos da den Fuß getroffen hat. Für meine Begriffe trifft er eher den Ball. Aber wir gucken gerne nochmal ins Replay rein. Und ich lasse mich eines Besseren belehren. Hier Ronny Marcos, wie er da reingeht in die Aktion. Ja doch, trifft der Standbein des Gegenspielers. Hat dann seine Richtigkeit, hier auf Freistoß für Homburg zu entscheiden. Freistoß gibt es aus der eigenen Hälfte raus. Steinmetz kurz ausgeführt. Zurück erstmal zum Innenverteidiger. Zu Weber. Weber eins weiter. Zu Heilig. Oh ne, pardon, das ist Fahne. Frisch eingewechselte. Rechts raus jetzt zu Steinmetz. Der mit der Verlagerung in die Mitte. Zu Dummel. Links viel Platz für Mendler. Aber gut aufgepasst von Breitenbach. Das war ganz wichtig, dass er da dazwischen gegangen ist. Sucht jetzt den Pass in die Tiefe zu Urbig. Aber Homburg schon wieder dazwischen. Beim UFC läuft es nicht mehr nach vorne. Im Moment. Sie müssen den Stiefel wieder finden, den sie in den Anfangsminuten gespielt haben. Das Offensivspiel ist aber ehrlicherweise nicht das, was mir die großen Bauchschmerzen macht. Es sind die Räume, die Homburg da immer wieder vorfindet. Und da spielen sie natürlich auch stark aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur am FC 08 Homburg liegt, dass sie diese Räume so sehr finden. Da gibt es sicherlich Mittel und Wege, diese Räume besser zu schließen, als es dem UFC das aktuell gelingt. Bin gespannt, wie Christian Neid hat das nach dem Spiel bewertet. Jason Breitenbach mit dem Kopf dazwischen, aber genau in den Fuß eines Homburgers. Und so kann der FC 08 Homburg wieder aufbauen. Dann geht es wieder durchs Zentrum, aber der UFC dazwischen. Dann gibt es einen Freistoß für Homburg und gelb für Sorge. Beziehungsweise eigentlich hatte ich vermutet, dass da Müller in der Aktion drin war. Aber sehr strenge Regelauslegung, da jetzt die gelbe Karte zu zeigen. Also vielleicht gibt uns das Replay da Aufschluss drüber, warum der Schiedsrichter da so entschieden auf die gelbe Karte gepocht hat. Dann gucken wir mal rein. Für meine Begriffe war das ja vielleicht gerade so ein Foul. Ja, also für meine Begriffe kein, nicht mal ein Foul. Ja, also dass es da eine gelbe Karte gibt, das kann ich auch nicht so wirklich verstehen. Sorge muss sie trotzdem fressen, diese gelbe Karte. Und es gibt einen Freistoß für Homburg. Aus zentraler Position. Und die Pfiffe natürlich jetzt laut. Christel, der sich da behandeln lassen hat. Ja. Also Stadion laut, es wird gepfiffen. Wegen dieser Aktion von eben. Ein weiterer Ball jetzt von Homburg auf die rechte Seite in Richtung Weihrauch. Da ist Ronny Markus erst mal mit dem Kopf dazwischen. Und Dominik Wanner vor Ristel am Ball. Tritt einmal auf den Ball. Dann Sorge mit dem Fehlpass. Geht direkt zurück. Aber Wanner ist zusammen mit Ronny Markus wieder da. Schaufelt den Ball jetzt in die Spitze zu Obe. Schade. Verschätzt sich da so ein bisschen. Und Homburg klärt es dann gut raus. Über die rechte Seite. Wachs gegen Ristel. Wird da verfolgt von Ristel. Ball immer noch im Spielfeld. Harris in die Spitze zu Dummel. Achtung. Dummel im Strafraum mit der Hereingabe. Auf den kurzen Pfosten. Klatsch an die Latte. Weil Brinkis noch mit den Händen dran war. Riesenchance für Homburg. Meine Güte. Und Garcia schafft es sich hinten rauszulösen. Garcia. Immer noch Garcia auf der rechten Seite. Jetzt zieht er so ein bisschen in die Mitte. Immer noch Garcia bleibt. Im Ballbesitz hat er es gut gemacht. Also Riesenchance durch Homburg. Homburg muss wieder wacher werden. Muss die Räume hinten schließen. Das Stadion ist laut. Feuern hier die Kickerspieler an. Sorge. Zu Wanner in die Mitte. Wanner nach hinten zu Mark Wachs. Ganz schwer zu gespielende Homburger jetzt. Die haben so Blut geleckt. Klar sind hier nach einem 0 zu 3 zurückgekommen auf ein 3 zu 3. Die wollen hier natürlich den Sieg holen. Aber der UFC muss es jetzt schaffen. Irgendwie wieder das Zepter in die eigene Hand zu nehmen bei diesem Spiel. Ein Wurf gibt es auf der linken Seite jetzt für Homburg. Nachdem Mendler da gut dazwischen gegangen ist. Ich weiß nicht, ob wir das Zepter bei diesem Spiel nochmal in die Hand bekommen. Das Ganze muss jetzt einfach mal über eine starke Offensivaktion wieder in die Richtung des UFCs kippen. Dieses Spiel, es wird glaube ich auch die letzte halbe Stunde komplett vogelwild bleiben. So wie es hier bisher ist. Nur die UFC-Offensive muss wieder etwas mehr Zutrauen bekommen. Ganz stark ist wie das Offenbacher Stadion, wie der Biberer Berg hier. Gerade merkt die Spieler unten auf dem Platz. Sie kriegen sich nicht so richtig gestemmt gerade. Dann stemmen wir uns Seite an Seite mit ihnen dagegen, dass dieses Spiel hier endgültig kippt. Und werden hier richtig laut, geben hier richtig Gas. Um den Spielern wieder ein bisschen Flügel zu geben. Und Wanner auf der linken Außenbahn. Versucht dagegen drei Mann durchzuwühlen. Homburg erstmal Zweikampf-Sieger. Und dann versuchen sie umzuschalten. Müller gewinnt den Ball aber zurück. Ganz stark gemacht. Und jetzt die Chance vielleicht für den UFC ein bisschen in die Offensive umzuschalten. Aber erstmal verzögert rechts raus auf Raphael Garcia. Die Linie wollte er entlangspielen. Ist ein Homburger dazwischen. Und es gibt ein Wurf für den UFC. Und es ist wirklich saustark, wie die Stimmung hier jetzt gerade ist. Ein Wurf für den UFC. Jason Breitenbach bekommt den Ball wieder. Und verteilt dann erstmal noch auf Noah Knote. Wo ist die Lücke? Erstmal Raphael Garcia auf der rechten Seite gefunden. Lässt prallen auf Jason Breitenbach mit dem Fehlpass in die Mitte. Ronny Marcos ist dazwischen. Homburg kommt aber trotzdem bis vor das Tor. Weyrauch mit dem Abschluss. Aber den verzieht er zum Glück am rechten Pfosten vorbei. Und Ronny Marcos sieht gelb. Okay. Hat in der Bewegung nach hinten vielleicht einen Zupfer. Gab es da? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz. Wir schauen mal in der Wiederholung, ob wir es da mit drin haben. Also Ronny Marcos, ja. Auf Höhe der Mittlinie war da was. Nicht mehr ganz gesehen, dass er jetzt aber trotzdem nochmal die Chance. Weyrauch verzieht. Am Kasten vorbei. Ronny Marcos, die gelbe Karte gesehen. Und jetzt der weite Abstoß in Richtung Jan Urbich. Verliert aber das Kopfballduell gegen Ristl. Zweiter Ball bei Sorge. Weiter auf die linke Seite in Richtung Wanner. Steinmetz mit dem Kopf dazwischen. Und der UFC holt sich den Ball wieder mit Marc Wachs und Leon Müller. Leon Müller, der sich einmal dreht und Marc Wachs wieder mitnimmt. Wachs auf der rechten Seite. Ganz viel Platz für Jason Breitenbach. Stark gesehen von Marc Wachs. Breitenbach nimmt den Ball gut an. Wird aber gestellt von Markus Mendler. Zumindest gibt es den nächsten Einwurf für den UFC. Auf Höhe des 16ers. Jason Breitenbach eingeworfen zu Rafa Garcia. Der wieder zu Breitenbach. Der chipt den Ball weiter in Richtung Leon Müller. Kommt aber nicht dran. Wird erstmal wieder rausgeklärt. Und es gibt den nächsten Einwurf. Und ich habe das Gefühl, gerade ist vielleicht wieder einer dieser vielen, vielen Kipppunkte in diesem Spiel, wo der UFC sich wieder etwas weiter vorne festsetzt. Jetzt mit einem Einwurf von Jason Breitenbach auf der Verlängerung der 16er Linie. Reingeworfen in den Strafraum. Verlängert von Urbich. Und dann gibt es Eckball für den UFC. Diese kleinen Aktionen, die gehen jetzt gerade wieder für den UFC aus. Und jetzt einfach mal eine dieser Ecken. Die Standards, eine neue Stärke seit dem Start des Jahres 2024. Und jetzt wäre es so guttunend, so wohltunend, so wichtig, wenn der UFC diese neue Stärke jetzt auch in ein Tor ummünzen könnte. Marc Wachs, der Mann mit der Nummer 16. Ein Tor hat er schon gemacht heute. Seine Standards haben das Repertoire des UFCs nochmal im besten Sinne erweitert. Und jetzt mit links zum Tor hin. Von rechts die Ecke hebt er die Hand. Jetzt kommt sie reingesegelt auf den zweiten Pfosten ins Nirvana. Aber der zweite Ball ist bei Nassarov, der mit dem Außenriss den Ball links am Tor vorbeisetzt. Das waren doch einige Meter. Der wollte den mit dem linken Außenriss so ein bisschen anschneiden, mit dem rechten Außenriss so ein bisschen anschneiden. Das ist ihm nicht ganz gelungen. Wenn ihm das gelingt, dann schießt er hier wahrscheinlich ein absolutes Traumtor. Und wir wissen, dass er das kann. Deswegen ist es richtig, dass er das versucht. Und dann gibt es gleich die Zuschauerzahl. Mal schauen, wie viele es heute Abend hier auf dem Bibera Berg gefunden haben. Wie viele Leute. Weiter Ball jetzt von Homburg in Richtung Harris. Nimmt den Ball mit der Brust an. Zweiter Ball bei Mendler. Und er kriegt den Ball auch weiter zu seinem Stürmer. Harris. Erstmal gestellt. Weihrauch will Harris wiederfinden. Und dann ist nochmal Weihrauch da. Mit dem langen Ball auf Mendler. Der legt ab auf Dummel. Nochmal abgelegt. Und dann geht es links raus. In die Spitze zu Mendler im 16er. Gut aufgepasst von Noel Knothe. Ball immer noch im Spielfeld. Und dann aber erstmal geklärt. Es gibt die nächste Ecke. In diesem Spiel. Und die Waldemar-Kleintribüne. Sie ertönt nochmal. Also das ist jetzt wirklich ein Spiel auf Messerschneide hier. Absolut Spannung. 3 zu 3 steht es durch ein frühes Tor. Der Homburger in der zweiten Hälfte. Harris den Doppelpack da gemacht hat. Zweimal cool geblieben ist. Und jetzt also die Ecke. Mendler. Irgendwie rausklären. Irgendwie versuchen. Den Konter zu fahren. Jetzt kommt die Ecke von Mendler. Knothe ist erstmal mit dem Kopf dazwischen. Und Wanner kann den Ball aufnehmen. Och, das ist jetzt aber auch ein sehr gewollter Freistoß. Von Weihrauch gegen Wanner. Kreuzter Eimer und hebt dann ab. Freistoß also für Homburg. Das Ganze noch in der Kickershälfte. Ja, gut 40 Meter vom Tor entfernt. Mendler legt sich den Ball zurecht. Um diese Freistoßflanke gleich reinzubringen. Markus Mendler. 6117 Zuschauer übrigens heute im Stadion. Jetzt der Freistoß von Mendler auf den langen Pfosten. Eine Riesenchance. Aber abseits Dominik Weber. Felix Weber, pardon. Menschenskinders. Das ist wirklich knapp. Homburg ist, man muss es sagen, weiterhin mehr am Drücker-OFC. Gerade mal mit so ein bisschen Entlastung. Aber Hamburg drückt da vorne richtig drauf. Immer wieder im Pressing. Brinkis schickt seine Leute jetzt mal nach vorne. Jetzt mit dem Freistoß. Weit in die Spitze. In Richtung Urbig und Nazarov. Madristel gewinnt aber das Kopfballduell. Und Quirin sammelt den Ball auf. Ein über die linke Seite dann mit Mendler. Und Harres mit der Hacke. Weiter will er den Arne Knote quasi vorbeilegen. Aber Knote hat das geahnt. Brinkis mit dem weiten Ball nach vorne. Homburg mit dem Kopf dazwischen. Zweiter Ball bei Leon Müller. Ja, und Homburg ist da immer wieder spritzig drauf. Querschläger jetzt von Breitenbach. Ball geht ins Seitenhaus. Ja, und Homburg hat natürlich Lunte gerochen. Schon lange. Einwurf gibt es für Homburg. An der Schwelle von Block 2 zu Block 3. Nach vorne geworfen. Hummel holt sich den Ball. Mitverfolgt von Leon Müller. Geht zu Boden. Und es gibt schon wieder einen Freistoß. Und die kommen sowas von gefährlich. In dieser Phase. Ja, nicht nur in dieser Phase. Eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit. Weil eben dieser Mann da steht. Der war mit der Nummer 11. Markus Mendler. Und der da immer wirklich mit viel Schmackes reinbringt. Dieser war kurz ausgeführt. Quirin. War mit der Nummer 10 am Ball. Links rausgelegt auf Mendler mit der Flanke. Am langen Pfosten lauert. Harris, glaube ich, war es. Und macht sein drittes. Und schießt das 4 zu 3. Wahnsinn. Eingeköpft ins lange Eck. Homburg dreht komplett das Spiel. Nach einer 3 zu 0 Führung steht es 4 zu 3 für Homburg. Das ist bitter auf einem ganz anderen Niveau. Und Horace, Harris zeigt seine ganze Klasse. Und köpft ein zum 4 zu 3. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn in der 70. Minute. Ui, ui, ui. So. Dem mein Nasarauf zeigt es. Auf geht's. Weitermachen. Auch die Fans kommen zurück. Wirkungstreffer natürlich auch bei uns. Wachst auf die rechte Seite gegeben zu Jason Breitenbach. Der in die Mitte zu Noe Knote. Wahnsinn, ne? Ich bin auch ein bisschen sprachlos. Links geht es weiter raus auf Alex Sorge. Der findet Dominik Wanner auf der linken Seite. Wird angelaufen von Weihrauch. Und dann zurück wieder zu Knote. Der 1 weiter zu Wachs, der die Kugel vorantreibt. Wach-Wachs durch Zentrum. Immer noch Wachs. Jetzt rechts raus auf Jason Breitenbach. Breitenbach überlässt Rafa Garcia. Ja, das sieht aus wie Spielfreude. Gerade guter Pass von Leon Müller. Und dann ist es Nasarov. Ganz, ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Das war so stark in die Spitze kombiniert. Super Angriff vom OFC. Und dann ist es der Schuss von Nasarov aus 12 Metern. Der fast noch den Außenpfosten touchiert. Aber dann doch knapp vorbei geht es zum Abstoß für Homburg. Wahnsinn. Das war sehr gut gespielt. Die sehen wir es nochmal. Leon Müller mit dem direkten Pass zu Wachs. Der in die Mitte nochmal zu Nasarov. Und dann mit dem Schuss. Und ist der knapp. Schade, schade. So bleibt es beim 3 zu 4. Boah, das auszusprechen, das tut natürlich weh. Weiter Schlag nach vorne. Landet bei Jason Breitenbach. Mit dem Kopf weiter zu Rafa Garcia. Zweiter Ball ist bei Leon Müller. Leon Müller auf die linke Seite gegeben zu Ronny Marcos. Ronny Marcos, wer löst sich? Wanner. Holt sich den Ball ab. Wird verfolgt. Muss zurückgeben zu Alex Sorge. Erneuter Spielaufbau. UFC mit Knote. Knote weiter zu Jason Breitenbach. Breitenbach in die Spitze. Ja, sucht da vorne. Ob ich, aber findet leider nur heilig. Gut dazwischengegangen jetzt von Marc Wachs. Der holt sich den Ball auf der rechten Seite. Wachs. Ball auf dem linken Fuß. Immer noch Wachs rübergegeben. Auf die linke Seite zu Ronny Marcos. Ronny Marcos in die Spitze zu Dima Nazarov. Nazarov mit einem Haken. Noch ein Haken. Immer noch Nazarov im 16er zurückgelegt. Auf Leon Müller mit dem Schuss. Oh! Und knapp am Tor vorbei. Wieder sehr knapp am linken Pfosten vorbei. Und jetzt bleibt Mart Ristl auf dem Boden liegen. Oh Mann, 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 Mann. Zwei riesen Chancen für den UFC. Und beide so knapp am Pfosten vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Das ist natürlich, passt das in die Situation. Da hat man dieses Spielglück nicht mehr. In der ersten Halbzeit wären die wahrscheinlich noch reingegangen. Beim Stand von 3 zu 0. Leon Müller visiert den kurzen Pfosten an. Aber leider rauscht der Ball links vorbei. 73. Spielminute. Wechsel bei 19. 0 nach Hamburg. Nächster Wechsel bei Hamburg. Mart Ristl vom Platz gegangen. Der Kapitän aufs Feld gekommen. Dominik Schmitz. Und ich glaube, wer die Kapitänsbinde übernommen, kann es jetzt gerade noch nicht sehen. Ja, ist auch nicht so wichtig in diesem Moment. Abstoß gibt es für Hamburg nach dieser Großchance von Leon Müller. Weiter Abstoß auf die linke Seite. Jason Breitenbach mit dem Kopf, was man dazwischen mag, Wachs mit dem Kopf verlängert. Diman Nasarov will rechts rausgeben, trifft den Ball nicht ganz richtig. Weil in die Spitze gespielt. Sorge ist da. Kein V-Spiel von Sorge. Leon Müller kann sich den Ball holen. UFC wieder mit leichtem Überwasser. Aber leider laufen sie jetzt natürlich diesem Rückstand hinterher. Alex Sorge links raus zu Ronny Marcos. Ronny Marcos in die Mitte zu Marc Wachs. Marc Wachs im Spielaufbau. Jetzt in der Zentrale. Wachs zu Diman Nasarov. Nimmt den Ball einmal an. Geht vorbei am Gegenspieler. Und Weber sieht die gelbe Karte. Ja, im Stadion wurde gezeigt, er hat schon gelb. Aber das war in der ersten Halbzeit Ristl. Deswegen sieht er jetzt, glaube ich, erst seine erste gelbe Karte. Freistoß gibt es für den UFC. Halb linke Position. Marc Wachs oder Rafa Garcia. Freistoßchance für den UFC. Gute Aktion. Wir haben es gerade mit der Wiederholung nochmal gehabt von Diman Nasarov. Jetzt also der Freistoß. Marc Wachs auf den langen Pfosten. Etwas zu lang. Da kommt keiner mehr dran. Schade, schade. Es gibt jetzt den Abstoß für Homburg. Und der UFC wird zweimal wechseln. Die beiden Youngsters kommen rein. Oliver Kovacic und Wasim Karada. Ein bisschen junges, unbekümmertes Personal, das da jetzt reinkommt. Und dafür runter geht Alex Sorge. Das heißt, wahrscheinlich wird Jason Breitenbach in die Innenverteidigung rücken. Wasim Karada dann als Rechtsverteidiger aufs Feld. Und Leon Müller geht raus für Oliver Kovacic. Das heißt, ein defensiver, ein defensiv agierender Mittelfeldspieler. Ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler geht raus. Und ein Vollblut-Strafraumstürmer kommt rein. Doppelsturm. Urbich, Kovacic. Die beiden jungen Wilden, sie sollen es jetzt also richten. Auf der rechten Außenbahn Wasim Karada, der sich da aber sogar, glaube ich, offensiv einordnet. Auf der rechten offensiven Außenbahn Wasim Karada. Garcia, der da zurückrückt ins zentrale Mittelfeld. Also Christian Neithard geht jetzt volle Pulle in die Offensive. Will hier irgendwie noch dieses Spiel drehen. Wasim Karada, erster Ballkontakt ist ein Kopfball. Zweiter nimmt da an. An der rechten Außenlinie, weit vorgeschlagen, jetzt den Ball. Aber landet bei Markus Mendler im Endeffekt. Mitverfolgt von Rafa Garcia. Mendler gibt den Ball zurück. Und Oli Kovacic geht dazwischen, gibt den Ball ab zu Rafa Garcia. Muss auf links geben zu Ronny Marcos. Schafft das auch, nachdem er zwei Gegner abgeschüttelt hat. Ronny Marcos zu Dominik Wanner. Wird sofort angelaufen von Steinmetz. Ja, und Homburg verteidigt das Ganze jetzt auch gut. Nachdem sie sich da gefangen haben nach diesem 3 zu 0. Eine ganz, ganz andere Mannschaft gesehen von Homburg. Weiter Ball jetzt von Wachs auf die linke Seite zu Wanner. Abseits ist es nicht. Und es gibt den Einwurf zumindest für den UFC auf der linken Seite. Dominik Wanner überlässst überlässst dann aber Ronny Marcos für einen vielleicht weiten Einwurf. Kurz aber ausgeführt zu Mark Wachs, wieder zu Ronny Marcos. Der wieder zurück zu Wachs. Wachs auf der linken Seite, Doppelpass mit Wanner. Immer noch Wachs an der Grundlinie. Wachs mit der Reingabe auf den langen Pfosten, aber geklärt zur Ecke. Nächste Ecke für den UFC von der rechten Seite. Mensch und den Ausgleich zu holen. Jetzt erstmal der UFC nach Ecken auch wieder davongezogen, nachdem Homburg zwischenzeitlich in seiner Druckphase mit 4 zu 1 in Führung lag. Jetzt Eckballverhältnis 7 zu 5 pro UFC und danach fühlt sich in der letzten Minute nach dem vierten Homburger Treffer ist das Spiel wieder in Richtung Offenbach gekippt. Jetzt ist der UFC wieder im Drücker, produziert wieder die Chancen und jetzt der Eckball Mark Wachs mit links zum Tor hinein in den Strafraum und dann ist es die Mannase auf der da wegrutscht, weil er sonst zum Ball gekommen wäre, ein bisschen ärgerlich. So kann Homburg die Kugel da erstmal weit hinten rausklären. Befreiungsschlag Wasim Karada ist da, der die Kugel aber super runternimmt und dann auf Rafael Garcia ins Zentrum abgibt. Zentrale Position Rafael Garcia dann rechts rausgelegt auf Wasim Karada. Karada jetzt schon im Strafraum und dann ist es das, der ungenaue Pass Richtung Grundlinie zu Mark Wachs das darf einem jungen Kerl wie Wasim Karada natürlich mal passieren aber ist natürlich ein bisschen frustrierend jetzt für uns das war ein vielversprechender Angriff für den OFC der so jetzt ein jedes Ende findet. Und leider nur in einem Abstoß für Homburg mündet kurz ausgeführter Abstoß auf die linke Seite in der Mitte wird Quirin gefunden gut dazwischengegrätscht jetzt von Karada der vorne geblieben ist Homburg hintenrum in Richtung Torwart jetzt der weite Ball in die Spitze Reitenbach gewinnt das Kopfballduell in die Mitte gelegt aber Homburg ist dazwischen und kombinieren sich zum nächsten Konter auf die rechte Seite gelegt zu Haris Wanner kommt zu spät rutscht aus in Haris Weirauch auf die rechte Seite gelegt zu Steinmetz nochmal zu Weirauch Weirauch auf den linken Fuß Abschluss aber geblockt von Ronny Markus und weiter geht's mit Wanner und Dima Nazarov Nazarov auf der linken Seite in die Spitze gelegt zu Oli Kovacic Kovacic der jetzt attackiert wird von der linken Seite immer noch Oli Kovacic der in Richtung Grundlinie geht jetzt mit dem Beinschuss gegen seinen Gegner aber dann klärt es Homburg erstmal und spielt den Ball über die Seitenlinie ins Aus Phil Haris der da vorne liegen geblieben ist nachdem Dominik Wanner in ihn reingerauscht ist oder beziehungsweise reingerutscht ist ist ja ausgerutscht in Haris ist aber jetzt schon schnell wieder auf den Beinen Einwurf gibt's für den UFC in der 80. Spielminute befinden wir uns also das ist jetzt hier unfassbares was hier sich abspielt Dominik Wanner spielt den Ball fährt zurück zum Torhüter der den Ball aufnimmt was geht noch für den UFC in den letzten 10,5 offiziellen Minuten weiter Ball erstmal in Richtung Haris hinter das Kopfballduell Garcia aber dazwischen findet Wassim Karada auf der rechten Seite Wassim Karada und Doppelpass Homburg über die linke Seite machen sie stark Mendler in die Mitte gelegt rechts ganz viel Platz für Steinmetz das sehen sie zum Glück nicht und Haris kommt aus dem Abseits deswegen gibt es den Freischuss für den UFC auf der 16er Grenze jetzt schon zum zweiten Mal wo der FC 08 Homburg ja den Konter wirklich ganz 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 schwach zu Ende spielt da lag jetzt in zweier Angriffssituation Kontersituation von FC 08 Homburg die Entscheidung auf der Platte und sie haben sie sich nicht genommen lassen den UFC damit am Leben und so hat der UFC noch zehn Minuten hier auf dieses 3 zu 4 zu antworten Stadion kommt nochmal und der UFC wird auch nochmal kommen Ronny Marcos Linksverteidigerposition langer Ball auf Jan Urbich damit der Brust tropfen lässt für Wann aber dann ist Homburg dazwischen Marius das ist angesprochen die haben sich da defensiv vollkommen gefangen ganz im Gegensatz zum UFC der immer wieder absolut Hanebüchen verteidigt ich muss es leider so klar sagen und so jetzt Haris ins Spiel bringt der da aber auch wegrutscht und so kann Ronny Marcos erstmal zumindest in den Zweikampf kommen aber sie kommen trotzdem über die rechte Außenbahn mit Weihrauch Flanke hinein wie kann der denn da so freistehen Ball Kopfball an die Latte meine Güte es ist wirklich auch schon in Freiberg ja das klar hier wird in der defensiven Ordnung die ist noch groß klar hier wird jetzt auch komplett offensiv gespielt das ist auch klar mittlerweile glaube ich ist es eine Dreierkette mit Knote Ronny und Breitenbach Rafa Garcia der abdrehen muss und Breitenbach noch mitnehmen muss der rüber zu Knote der wieder zurück zu Breitenbach in die Mitte zu Mark Wachs was geht noch natürlich läuft Homburg jetzt nicht mehr vorne an warum sollten sie auch sie führen hier mit einem Treffer Garcia auf der rechten Seite schon in der Hälfte der Homburger zumindest Chip passt in die Spitze in Richtung Kovacic der wird ein bisschen gezogen aber Homburg sammelt sich den Ball ein und kommt über die rechte Seite das sind viele Sekunden Zeit die jetzt auf Homburger Seite ablaufen in die Spitze gechippt zu Dominik Schmidt im Zweikampf mit Neue Knote bleibt er aber hängen gut gemacht von Knote Knote in die Mitte zu Wachs er dreht sich einmal auf und spielt zurück zu Breitenbach was geht noch Breitenbach treibt die Kugel voran Jason Breitenbach rechts raus jetzt zu Dima Nazarov mit dem Chip pass in die Spitze zu Oli Kovacic er macht den Ball gut fest gegen zwei gegen drei immer noch Kovacic dann wieder zu Boden gerissen und es gibt noch mal den Freistoß für den OFC stark gemacht von Kovacic auf der rechten Seite Freistoßmöglichkeit OFC rechte Seite so ein bisschen also nicht genau die Verlängerung von dem 16er sondern etwas weiter zentral davon also Möglichkeit vielleicht sogar für einen Direktschuss oder Rafa Garcia oder Marc Wachs schaufeln den rein auf den langen Pfosten und suchen sich hoffentlich diesmal den passenden Kopf zur Abnahme also Freistoß Chance OFC Marc Wachs oder Rafa Garcia direkt oder indirekt Marc Wachs wird ihn schon mal ausführen jetzt bleibt nur noch die Frage ob er ihn direkt macht oder eben nicht Wachs den Ball zu Marc Wachs der macht eine Bewegung Wachs mit dem Schuss aus der zweiten Reihe wird geblockt zweiter Ball ist bei Carada der zieht in den 16er wird aber gestoppt von Heilig gut verteidigt von ihm stark verteidigt Carada setzt nach und die Schiedsrichter sagen das ist ein Faul ein Stürmerfaul OFC wird noch mal wechseln für die letzten etwas mehr als fünf Minuten offiziell auf der Uhr Dima Nazarov geht vom Feld aufs Feld kommt Almin Mesanovic also noch einmal spritzige Beine für die letzten Minuten und ich glaube noch an den Ausgleich ich glaube noch dran OFC wird noch ein, zwei Angriffe zwei, drei Angriffe haben die er zu Ende zwingen muss erinnert mich von der Spielart von der ganzen Situation wie das Spiel jetzt da liegt extrem an dieses legendäre Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von der anderen Main Seite wo Maximilian Rossmann da in den letzten Atemzügen des Spiels noch den Treffer für den OFC setzte und so ein bisschen fühlt sich dieses Spiel auch jetzt so an es war ein wilder Schlagabtausch zwei Boxer die jetzt so ein bisschen in den Seilen hängen so liegt das Spiel jetzt da und aktuell liegt es aber mit den drei Punkten für den FC 08 Homburg da und hat der OFC noch einen Haken noch einen Schwinger kann er noch einen Treffer setzen zwei Boxer wie gesagt die in den Seilen hängen weil sie sich ein großes Spiel geliefert haben einen großen Schlagabtausch und darüber muss man sich sicherlich Gedanken machen die Freistöße von Mendler sind stark dass sie aber dem UFC derartig um die Ohren fliegen naja das darf eigentlich nicht sein sehr sehr ärgerlich am Ende war es wer hat das Tor geschossen ich glaube Hummel Hummel war es ja damit Hummel der in der 86sten also das 5 zu 3 erzielt das ist ein unglaublicher Fußballtag heute das kannst du keinem erklären Fürst mit 3 zu 0 zauberst dir allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht Hand und dann gibt's das Spiel aus der Hand und Handspiel wird nicht gepiffen von Schmidt weiter geht's mit Homburger Ballbesitz auf der rechten Seite Weirau zurückgespielt zu Steinmetz und dann bis zum Torwart zurück weiter Abschlag von Kretschmer ist ganz nach vorne Ronny Markus mit dem Kopf erstmal dazwischen obig verlängert aber Homburg steht da hinten sicher und fest Alvin Misanovic guter Zweikampf von ihm und Marc Wachs hält den Ball im Spiel Wachs stark aussteigen lassen sein Gegner immer noch Wachs und dann findet er Dominik Wanner auf der halblinken Seite Wanner links raus zu Alvin Misanovic in die Mitte zu Rafa Garcia trägt den Ball auf die linke Seite raus immer noch Garcia hat den Ball auf dem linken Fuß zurück auf Wanner kommt dann nochmal eine Flanke rein Garcia jetzt mit der Flanke auf den kurzen Pfosten aber geklärt von Homburg und zwar hoch und weit über die Seitenlinie Einwurf gibt's für den UFC Ronny Marcos steht bereit um gleich einzuwerfen und findet Dominik Wanner erst mal Wanner wird gestört Ball immer noch im Spielfeld jetzt ist der Ball immer aus und es gibt Einwurf Einwurf gibt's für Homburg rechts hinten gibt's also den Einwurf für Homburg Steinmetz weiter Einwurf auf Harres der einmal hoch in die Luft in die Mitte geklärt Kopfball landet irgendwie dann aber sicher beim Torhüter der Hamburger Kretschmar der vorobig den Ball in die Hände nimmt 88. Spielminute gleich abgelaufen und wir gehen in die 89. Minute weiter Abschlag nach vorne Breitenbach der da gegen Harres zu Boden geht und sich ein bisschen weh getan hat pfeift jetzt das Spiel gerade ab Breitenbach gegen Harres und Harres ruft nach medizinischer Unterstützung da gegen Breitenbach Freistoß gibt's für den UFC es wird auch einige Minuten nach zu Spielen geben das ist auch klar aber nach einem 3 zu 0 zu einem 3 zu 5 da ist es doch unwahrscheinlich jetzt nochmal in den letzten Minuten zurückzukommen aber wer weiß wenn jetzt noch ein Tor fällt geht vielleicht irgendwie was noch in der letzten Sekunde Marc Wachs Marc Wachs beim Freistoß wird ihn rein chippen in Richtung Knote erstmal rausgeklärt und es gibt den Einwurf gleich für den UFC weil Wassim Karada ihn jetzt austropfen lässt Karada Einwurf zu Misanovic der wieder zurück zu Karada Karada könnte Flanken abgefälscht wird die Flanke und dann ist Mendler zur Stelle kann sich den Ball einsammeln und weit nach vorne schlagen Jason Breitenbach und Brinkis weit nach vorne weiter Abschlag Kovacic kommt nicht ganz dran erstmal rausgeklärt zweiter Ball ist bei Homburg und Mendler spielt zurück in die Verteidigung mit dem weiten Schlag in die Spitze jetzt Hummel holt sich nochmal den Ball legt ab auf Mendler Mendler in die Mitte gelegt zu Schmidt der wird verfolgt von Garcia bis ganz nach hinten zu Weber der verteilt auf die linke Seite aber dazwischen geht Wasim Karada zweiter Ball leider bei Homburg dritter bei Wachs Wachs über die rechte Seite Marc Wachs am Ball jetzt mit dem Chip pass in die Spitze zu Almir Misanovic schon im 16er Misanovic abgelegt auf Kovacic Kovacic mit links aus dem Stand kriegt er nicht genug Druck dahinter hinter diesem Ball schade etwas zu lange abgewartet vielleicht bei diesem Abschluss und wir ja haben 90 Minuten gespielt warten jetzt mal ab was der Schiedsrichter zeigt schwer zu verdauen das Ganze hier gerade kaum zu glauben auch dass hier und Wachs vier Minuten gibt es oben drauf nochmal Wachs findet in der Spitze Kovacic aber der wird geblockt und dann geht der Ball zurück zum Torwart und ganz nach vorne zu Hummel Hummel gegen Breitenbach dreht er sich einmal gibt nochmal Freistoß für Homburg es läuft natürlich gerade alles für Homburg das ist klar also das ist unglaublich müssen jetzt natürlich den Blick sofort nach vorne richten am Dienstag geht es weiter sportlich ja wahrscheinlich das deutlich wichtigere Spiel man hätte heute an Homburg vorbeiziehen können das ist natürlich wäre schön gewesen wäre Ausdruck dessen gewesen dass man sich weiterentwickelt hätte so kann man das jetzt leider nicht konstatieren aber am Dienstag im Hessen-Pokal-Viertelfinale das ist ganz ganz wichtig und es ist ganz wichtig dass du bis dahin die Köpfe wieder frei bekommst ist nur ein Verbandsligist der FSV Wolfhagen aber es ist der Tabellenführer die werden nächste Saison Hessen-Liga spielen diesen Gegner musste ernst nehmen bis dahin musste dieses Spiel aus den Knochen und aus den Köpfen haben und ja ich werde damit bestem Beispiel vorangehen sicherlich ich werde jetzt alles tun dieses Spiel möglichst schnell zu vergessen ich glaube mein Kollege Schnellka wird das ähnlich handhaben na klar Wax wird jetzt angelaufen vorne vom unermüdlichen Harris zurück zu Brinkis Brinkis dann weit nach vorne Quirin dazwischen Ball land bei Ronny Marcos mit dem weiten Schlag in Richtung Urbich aber Weber gewinnt das Kopfballduell zweiter Ball ist bei Almir Misanovic der die Kugel aufnehmen kann Misanovic treibt den Ball voran gibt dann rechts raus auf Carada aber nicht perfekt getimeter Pass deswegen geht der Ball dann von Homburg raus geklärt über die Seitenlinie in den Block 2 Einwurf UFC Rafa Garcia zurück zu Mark Wax Mark Wax eine Station weiter auf Noel Knote und Knote ganz zurück zu Brinkis weiter Ball von Brinkis ist eigentlich das was jetzt das plausibelste ist weiter Ball in Richtung Urbich gewinnt das Kopfballduell und dann gibt es nochmal einen Freistoß für den UFC nach diesem Luftduell zwischen Weber und Urbich Mark Wax holt sich nochmal den Ball ja drei Minuten schon abgelaufen in dieser Nachspielzeit Freistoß Kickers Mark Wax bringt den Ball rein auf den zweiten Pfosten erstmal rausgeklärt Rafa Garcia kommt dann den zweiten Ball auf der rechten Seite bringt nochmal die Flanke mit dem Rücken zum Tor Almin Misanovic nochmal rübergebracht aber Abseits beziehungsweise Abstoß weil der Ball schon im Tor aus war gibt es für Homburg den Abstoß Zeit läuft langsam aber sicher ab geht natürlich für Homburg ich mache mich mal auf den Weg in den Pressebereich und bereite ihn für die Presskonferenz vor macht es gut von mir ja jetzt an der Stimme sind alle natürlich ein bisschen bedient nach diesem surrealen Start ist die Partie ebenso surreal weitergegangen die letzten 20 Sekunden der Partie laufen der UFC wird mit 3 zu 5 dieses Heimspiel gegen den FC 08 Homburg verlieren was so fantastisch angefangen hat ging so leider nicht weiter es ist verdient dass der FC 08 Homburg dieses Spiel dreht auch wenn der UFC jetzt nochmal die Chance hat Kovacic setzt den Ball aber neben das Tor wäre nochmal der Anschlusstreffer gewesen sicherlich zu spät um noch den Ausgleich zu machen aber so vielleicht nochmal die Chance so ein ganz klein bisschen die Seele nochmal zu pinseln also nochmal der Eckball mit rechts von Rafael Garcia zum Tor hin der jetzt reingetreten wäre dann auf den zweiten Pfosten da ist jetzt erstmal niemand Ball geht ins Tor aus es gibt nochmal Eckball Almin Misanovic geht da hin Marc Wachs auch für den Kurzaus Marc Wachs nochmal auf Almin Misanovic an der Strafform Kante der zieht da ab Teuter ist nochmal da Ronny Marcos haut das Ding in die Nacht passender Schlusspunkt ja am Mikrofon verabschiedet sich ein maximal bedienter Kasper Laok ciao Leute schaut dass ihr einen Umgang mit dieser Partie findet vielleicht vergessen wir sie alle möglichst schnell und dann sehen wir uns am Dienstag im Kasseler Umland im Hessen Pokal ciao bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020